Feelgood Podcast Nummer 2 mit Cenk und ich habe es vorhin so ein bisschen um mich im Bildschirm angeschaut. Ich kann nur so ein Augebrauen ein bisschen raufziehen, aber ich kann es nicht richtig. Und du kannst es mega gut. Mach mal. Hast du das früher noch trainiert oder ist das einfach irgendwann können? Nein, ich musste es trainieren und runterholen eigentlich. Bist du so konstant erst du rumgelaufen? Ja, ich war eigentlich immer so. Hallo? Und dann haben dich die Leute nicht ernst genommen. Wenn du ihnen gesagt hast, das ist aber ein schönes Baby. Es war alles so mystisch für mich. So aha. Am ersten Tag im Kind geht es und die Leute denken so. Ich bin wieder in der Schmetterling-Gruppe. Okay. Aber stell dir vor, du siehst konstant so aus. So beide. Oder kennst du die, die so aussehen? Das sage ich immer so. Das ist mega traurig. Aber das ist ja eben genau, es gibt so Menschen, die haben so das basic, zum Beispiel das resting sad face. Ja. Wenn sie einfach irgendetwas nachdenken, ist es so. Ja voll. So mega mit einem traurigen Blick. Dann gibt es die, die so. Resting bitch face haben. Ja. Oder erneut. So genervt. Ja. Und ich habe zum Beispiel gemerkt. Ich bin jetzt gerade wieder beim Coiffeur gesehen. Ja. Alle fragen sich warum. Aber. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich dann zuschauen, wie etwas bei mir gemacht wird. Sie haben mir gesagt, ich würde immer so erstaunt ausgesehen. Eben so. Also mit den Augenbrauen da oben. So kritisch. Und ich bin mehr so am zuschauen. Ich finde es so mega spannend. Ja. Schon wie wenn du früher noch zum Beispiel die Zunge draussen gehabt hast, wenn du etwas geschrieben hast. Mhm. Hast du das gemacht? Ich habe immer die Zunge draussen gehabt. Mhm. Hallo. Ich wurde entführt. Nein. Aber das hat sich dann mit der Zeit habe ich mich darauf achten. Und dann ist es weniger geworden. Ja. Bei mir hat es immer das Gefühl, ich schreibe etwas mega tiefsinniges. Mit Augenbrauen da oben. Okay. Gut. Für alle Audiohörer haben wir schon Feedbacks bekommen. Ja. Man muss mehr Sachen erklären, wo passieren. Also der Cenk hat jetzt die ganze Tianti Augenbrauen aufgezogen. Eigentlich braucht man so eine Audiodeskription oder so. Genau. Genau. Aber es gibt eigentlich einen sehr guten Grund, warum du in diesem Podcast zu Gast bist. Man kann immer so ein bisschen anfangen, finde ich. Vor allem wenn man das erste Mal so etwas macht. Sie eben so ein bisschen sich erzählen, wie man sich kennengelernt hat. Und wie letzte Woche schon beim Charlie war es auch bei uns durch einen gemeinsamen Auftritt eigentlich. Beim Charlie? Wo sogar beim Charlie in Aarau war. Und zwar war das dein zweiter Auftritt ever. Ja. Ja. Davor hast du schon einmal gespielt gehabt. Im Casinotheater Rampersau. Genau. Der Rampersau, wo Dominik Dewey moderiert. Genau. Das ist eine offene Bühne. Mäntig zu oben. Und dort habe ich Corinna Nobel gesehen. Genau. Wo Charlie's Comedy Club gebucht hat. In Aarau. Und dort habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Und ich habe sie super gefunden. Und auch privat ganz okay. Das war auch unsere. Ja. Und dann. Wie wollen wir sagen. Das ist eineinhalb Jahre her. Es ist einiges passiert seitdem. Ja. Also seit ich dich kennengelernt habe eigentlich. Du hast mich bei Lorenz Hauser und bei Hauskrieg und so. Das sind die, die Stand-up-Shows im Bernhard-Theater machen. Unter anderem. Genau. Aber das hat ja nicht viel mit mir zu tun. Das hat ja damit zu tun, dass du schon ein sehr guter Komiker bist. Und was mich bei dir fasziniert, ist, dass du eigentlich schon. Obwohl du dort ganz am Anfang gesehen bist. Und jetzt erst eineinhalb Jahre Comedy machst. Dass du so viel weiter bist als ganz viele Menschen. Weil ich habe so das Gefühl. Sachen, die andere brauchen. Zum Lehren. Wo sie irgendwie jahrelang dafür arbeiten müssen. Dass sie das überhaupt irgendwie mal aufnehmen können. Und checken. Das ist bei dir lustigerweise nicht einfach gegeben. Sondern du hast das einfach schon sehr früh gecheckt. Also ich glaube bei mir ist es so wie. Wenn du so eine Leserratte hast. Die dann selber mal versucht zu schreiben. Und dann das auf einmal irgendwie ein Gefühl hat. So intuitiv. Ich war einfach ein Hardcore Comedy Konsument gewesen. Schon immer. Und habe auch immer so strukturell gedacht. Und so im Hintergrund. Wie macht er das? Wie kommt er jetzt auf das? Wie geht er von Thema zu Thema? Und was passiert dort eigentlich? Und einfach so das Handwerk hat mich immer schon mega interessiert. Und das hat wahrscheinlich so ein bisschen sich bildet. So im Hintergrund. Und dann wenn du es selber mal probierst. Dann funktioniert es besser als man erwartet. Vor allem. Das ist genau der Punkt. Dass du das so analysieren kannst. Weil ich bin auch ein riesen Comedy Fan. Kann. Aber. Ich weiss noch. Als du mir das erzählt hast. Da habe ich gefunden. Ich schaue jetzt mal das ein Programm. Schaue ich jetzt mal eben. Probiere ich analytisch. Wie fährt der an? Ja. Wie macht der Übergang? Wie geht der vom einen Thema zum nächsten? Gibt es mal eine längere Geschichte? Oder macht er eher kurze Sachen? Und das Problem ist. So nach 10 Minuten bin ich einfach wieder am schauen. Und ich habe mega Freude. Und ich finde es einfach lustig. Und du. Du hast eben schon früher können. Das so richtig analytisch. Anschauen. Und. Auseinander nehmen. Und. Ich habe das Gefühl. Das ist bei dir. Ist das ein. Ein. Wo du in vielen Bereichen hast. Man sagt ja. Ich habe das mal so ein bisschen gehört. Dass du. Der beste Battle. Rapper gewesen bist. In der Schweiz. Und das. Das weiss ich auch. Das ist einfach so nebenbei. Ja. Der beste Battle Rapper ist völlig übertrieben. Battle Rap gibt es in verschiedenen Kategorien. Du hast immer gewonnen. Freestyle Battles zum Beispiel. Was ich überhaupt nicht im Griff habe. Was ich gemacht habe. Das sind Acapella Rap Battles. Mhm. Das ist nochmal eine spezielle. So eine. Sparte dort drin. Und dort hat man keine Musik. Vorbereitung. Und man tut sich über Monate vorbereiten. Auf den Gegner. Also. Du hast das gemacht. Andere haben aber vorher mal etwas geschrieben. Ja. Jeder hat so seine eigene Methode. Aber sobald ich weiss wer mein Gegner ist. Kann ich gar nicht aufhören. An den denken. Und die ganze Zeit rattern jetzt im Hintergrund. Und. Man kann sich natürlich vieles auch absehen. Von amerikanischen Rap Battles. Wo einfach. Mechaniken. Ansehen. Wo man könnte. Selber anwenden. Wortspiele. Zweischichtige Sachen. Aufbauen. Und so Sachen. Das hat mich mega. Als fasziniert. Und dann habe ich es in Deutsch gut übertragen. Und. Mir ist einfach immer wichtig. Der Gegnerbezug. Und so. Und das hat halt irgendwie den Geschmack getroffen. Von den Leuten. Die es bewertet haben. Wo selber ja auch mega fanatisch das Zeug schauen. Und dann. Haben sie das so wiedererkannt. Und. Darum. Hat es das dazu geführt. Und man muss auch dazu sagen. Es ist. Nicht so. Dass ich mich jetzt durch die ganze Schweiz. Und alle geschlagen haben. Oder so. Es ist. Ein Event. Wo 7. 6. 7. Battles stattfindet. Und. Jedes Battle wird einzeln gewertet. Und. Aus dem 1. Battle heraus. Alles eigentlich miteinander. Also es machen so. Quervergleich eigentlich. Du schlägst nicht alle. Das ist nicht so ein Turniermodus. Oder so. Es ist einfach. 1 Battle. Du gegen deinen Gegner. Alle anderen gegen ihre Gegner. Und das 1. Battle wird dann. So. Halt bewertet. Das. Ja. Wer wäre der beste Text? Wer wäre die beste Performance? Dann gibt es so einen Publikumspreis. Und ja. Das habe ich zweimal mitgemacht. Und. Ja. Dann hat es das auch nicht mehr gegeben. Seitdem. Also ich bin immer noch amtierende. Champion sozusagen. Du hast es eigentlich perfekt getroffen. Aber weil es das halt nicht mehr gibt. Also. Du hast den richtigen Moment getroffen. Wenn du mitgemacht hast. Dann hast du gewonnen. Und dann hat es das nicht mehr gegeben. Ja. Warum. Warum. Wir jetzt zusammen da sind. Schau da. Für dich. Woher zu schauen. Ja. Da. Juhu. Da steht sogar. Support. Support Cenk. Du bist auf meiner ganzen Tour. Bist du als Support Act dabei. Und zwar. Weil wir. Du bist schon bei der letzten ab und zu dabei gewesen. Aber weil wir jetzt für diese Tour uns gesagt haben. Wir machen mal. Klassisch. Englisch. Amerikanisches Konzept. Von einer Stand Up Tour. Wo. Zuerst. Ein Support Act auftritt. Und zwar länger. Nicht nur so 15 Minuten. Sondern eher so 20. 25. Dann gibt es Pause. Und dann. Spiel. In dem Fall ich. Spielt der Komiker. Kreis 4. Es geht immer ab. Ich sage es dir. Spielt der Komiker. Sein Ding. Am Stück. 70 Minuten. 60. 70 Minuten. So. Und. Ähm. Wenn das jetzt rauskommt. Ich weiss nicht genau. Welcher Tag das ist. Aber dann sind wir jetzt mitten. Äh. In unserer Baselwoche. 15. bis 19. Oktober. Und. Haben auch schon. Das zweite Tryout gehabt. Jetzt wo wir es aufnehmen. Haben wir ein Tryout gehabt. Wo wir das zusammen gemacht haben. Mhm. Und ich muss sagen. Äh. Ich finde das Format funktioniert gut. Und ich finde. Äh. Du funktionierst gut. Weil du machst. Du machst Stand Up. Wo. Äh. Eine eigene Note hat. Und irgendwie. So eine frische hat. Es ist einfach. Wahnsinnig lustig. Ja. Das habe ich von Dominic Deville übrigens. Bei meinem allererste Auftritt. Eben in der Rampensau. Er hat mich nicht einfach auf die Bühne geschickt. Sondern er ist selber zuerst auf die Bühne gegangen. Und er hat gesagt. Hey. Wir haben da einen. Es ist dein allererster Auftritt. Er hat mich auf die Bühne geholt. Dann hat es so. Zwei. Drei Minuten. Das Interview gegeben. Und nach dem Auftritt hat er mir gesagt. Hey. Also was ist Glanz und Gloria ist zufällig an dem Tag. Und so. Dann hat es so ein bisschen Interviews gegeben. Dort hat er auch gesagt. Du musst einfach. Deinen eigenen Stil finden. Du musst deine eigene. Deine Stimme finden. Sozusagen. Wie möchtest du reden. Wie möchtest du rüberkommen. Und das. In die Richtung habe ich dann auch noch mal. Recht viel. Halt überlegt. Und habe mich. Entschieden. Dann nervös zu spielen. Weil ich dann. Wenn ich wirklich nervös bin. Passt das auch gerade. Und jetzt mittlerweile. Tut sich das auch wieder leck. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr. Kann ich mehr sagen. Also weisst du. Wenn du bei einer Mixshow als Newcomer dabei bist. Dann kannst du das noch machen. Weisst du. Okay. Ich darf da jetzt auch dabei sein. Aber wenn ich jetzt auf der Tour bin. Angekündigt. Oder irgendwo eingeladen bin. Persönlich. Dann. Kommt es komisch. Wenn man so tut. Als wäre man irgendwie. Deplatziert. Oder eben das so spielt. Sondern. Jetzt finde ich mich immer mehr. Und. Ja. Über das habe ich mir gar nie Gedanken gemacht. Bis eben. Dominik das gesagt hat. Als du nervös gespielt hast. Das ist eben. Sehr glaubwürdig gesehen. Weil eben. Wahrscheinlich. Die Nervosität. Hast du noch. wieder gespielt. Ja wohl. Aber. Als ich dann eben die Videos gesehen habe. Von deinen Rap Battles. Habe ich gemerkt. Der Typ kann ja gar nicht nervös sein. Vielleicht ist das ein bisschen. Aber. Aber. Ich habe dann gemerkt. Auch das ist eine Bühnenfigur. Und allein solche Sachen. Sind. Für mich. Wahnsinnig. Also. Sind für mich. Nicht wirklich. Zum Fassen. Weil. Andere. Andere. Treten. Zehn Jahre auf. Und. Spüren. dann mal ein bisschen. was ihre Bühnenfigur. können sie. Weil. Menschen. Menschen sind sich. Auch noch nicht. Wirklich bewusst. Dass wenn. Zum Beispiel. Sagen wir. Man macht. Sketch Comedy. Dann ist ganz klar. Die Person. Verkleidet sich. Als. Jemand. Oder. Man geht. Sowieso schon. Als. Figur. Bühnenfigur. Ja. 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 Also. Das ist. Im Fall. Etwas. Was. Besser. Als. Das. Große. Ganz. Ich. Weiss. Nicht. Wie. Ich. Zum Beispiel. Meine. Zehn. Minuten. So. Wie. 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 sein wird. Und dann denkst du, okay, was jetzt? Und dann kommt etwas und dann roll ich das einfach so aus und von dort weiter arbeiten. Und mache einfach Sprachnotizen, statt aufschreiben. Eben, du überlegst dir dann in dem Moment, was müsste ich jetzt sagen, damit es lustig wird. Ja. Und wahrscheinlich ist die Methode, sich das so visualisieren, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, als wenn man sich einfach etwas aufschreibt und denkt, das könnte noch lustig sein und dann ist es nicht. Es ist einfach mega schwierig für mich, mir das vorzustellen, wenn es auf Papier ist. Es ist wie ein bisschen tot. Also, du müsstest es ja mündlich schreiben und so und es ist, es darf nicht so ausformuliert sein und es muss ein bisschen ein Ä und M und so muss noch drin sein, irgendwie finde ich. Und wenn du es schreibst, dann ist es irgendwie komisch, weil du stehst dort und du musst reden vor den Leuten und ich muss mir dann das genau so vorstellen, wie ich vor den Leuten stehe, wie ich ins Publikum schaue, wie sie mich anschauen und dann, weiss ich nicht, dann kommt es erst. Ich finde das faszinierend. Und es ist wirklich, es ist komplett anders als irgendeine Persönschaft, die ich kenne, geschweige denn ich. Aber du hast auch in dieser Zeit schon wahnsinnig viel Material erarbeitet, wo ich auch nicht genau weiss, wie du das immer gemacht hast. Ja, eben immer mit der Situation, also es ist ja immer situationsbezogen gewesen, immer der Anlass, das ein bisschen angeschaut, an welchem Ort ist es, wie viele Leute hat es und was ist überhaupt der Rahmen. Weil ich finde einfach, dass dort die Leute ein bisschen mehr involvieren in das Ganze. Man muss nicht mega in die Meta-Ebene gehen, aber ich versuche, ich würde gerne über das reden, was gerade passiert. Also bei dem zweiten Auftritt, bei Charlie, Charlie's Comedy Club, habe ich auch darüber geredet, dass ich über Newcomer bin und der Unterschied zu den anderen Künstlern ist, dass ich 100% weniger Gage bekomme und einfach so die Sachen mit einbeziehen und das Publikum, also eine Interaktion machen, die aber nicht wirklich verbal ist. Es ist einfach so ein Gedankenspiel, ich spinne einen Gedanken und dann denken sie sich schon den Rest und dann kommt doch etwas interessant. Also ich tue das gerne so, die Leute mit einbeziehen, anstatt einfach auf die Bühne gehen und sagen, letztens bin ich im Kino gewesen und dann einfach irgendeine Story erzählen, die dann wie so eine Wand aufzieht zwischen mir und den Leuten. Ja, genau. Ich schaue einfach alles von dir ab und mache das Gegenteil, das ist so. Genau, das ist das Beste. Das ist das Beste. Ich kenne meine Freunde, ich kenne ihn sehr gut, er kennt mich sehr gut und mit dir ist noch spannend, weil wir kennen uns nicht schlecht, aber noch nicht so lange und vor allem, ich bin so ein Mensch, ich muss nicht mega viel Erfahrung geteilt haben mit jemandem, sondern viel mehr so der Vibe. Wellenlänge einfach. Genau, wie kommt man miteinander Schlag oder nicht. Aber ich weiss eigentlich nicht mega viel über dich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Zum Beispiel, was ist es gewesen, an der Swisscom Awards kommt irgendjemand so, hallo Joel und es ist eben noch nicht der Event gewesen, da habe ich so gedacht, da kommt jetzt ein Fan und will ein Foto von mir. Dann hat sie irgendwann gesagt, ich bin die Schwester vom Cenk, ich habe immer gewusst, dass du eine Schwester hast. Und ich so, ah, alles klar, hoi und so. Und dann haben wir ein bisschen geschwätzt. Dann habe ich auf einmal gedacht, ich habe keine Ahnung über den Cenk. Ich weiss eigentlich nichts von dem. Das heisst, was du jetzt vorgeschliesst, was machst du eigentlich, um dich gut zu fühlen? Also ich habe irgendwann realisiert, ich weiss nicht, wann das passiert ist, ist auch so ein Prozess, der immer noch wahrscheinlich läuft, dass es sicher mal unabhängig von irgendwelchen externen Einflüssen sein muss. Also es hat angefangen mit meinen Kollegen, die voll fussballfanatisch drauf sind und dann kannst du nicht mehr mit ihnen reden, wenn ihre Lieblingsmannschaft verloren hat und so. Irgendwann hat das so angefangen mit ein bisschen rumsticheln und witzeln und so. Und weil ich mich halt selber irgendwann wie abgeschottet habe davon und gar nicht mehr das verfolgt habe, hat es irgendwann mega dumm gewürgt. Also bist du mal Fussballfan gewesen oder was? Ja klar, mit dem Aufgewachsen selber immer gespielt, aber immer weniger Fan gewesen als selber Spieler. Ich habe immer viel lieber gespielt als irgendwie Match zu schauen oder so. Ich bin zum Beispiel mein ganzes Leben vielleicht dreimal in einem Stadion gewesen. Okay. Ja und auch sonst so. Ich bin nie so fanatisch Fan von irgendetwas. Ich war als Kind vielleicht noch ein bisschen mehr, aber eben die Kollegen, die wirklich nachher von Stadt zu Stadt fliegen und dann so richtig ausrasten, wenn der Gegner irgendwie, keine Ahnung. Ich habe immer das so ausgelacht eigentlich. Ich so. Uh, irgendwelche Leute haben irgendwo gegeneinander Fussball gespielt und du hast jetzt deinen emotionalen Zustand abhängig gemacht von dem. Was völlig absurd ist. Und wenn du das mal ausgeschlossen hast, dann fängst du überall Sachen zu suchen, die eigentlich nicht in deiner Macht stehen und nicht in deinem Einflussbereich sind. Und wenn du dich dann abhängig machst, gefühlsmässig von diesen Sachen, dann verlierst du einfach die Kontrolle von deinem eigenen Gemütszustand und dann findest du einfach immer mehr zu dir. Und auf der anderen Seite hat dann, also weißt du, das ganze philosophische Zeugplan, dass wenn du so ab 30 vor allem so die Spiritualität einsetzt, dann fängst du an zu merken, so eigentlich ist es immer du, der entscheidet, wie wirkt sich etwas auf mich aus. Weißt du, wenn ich dir auch Füge gebe, hasst du vielleicht, wirst du hässig und jemand anderes findet es geil. Und die zwei Sachen, also es ist genau die gleiche Handlung, wo aber zwei völlig verschiedene Reaktionen auslöst. Wenn du das anfängst, bei dir zu suchen, sozusagen den Effekt, den es ausmacht, dann ist alles, was du willst, etwas Gutes. Und klar, bis zu einem gewissen Grad kannst du auch, also wenn ich irgendeinen foltert, kannst du jetzt nicht finden, so oh yeah, mach also. Vielleicht, wer weiss. Das ist so, also ich bin mega gerne für mich, also so alone time, so ein bisschen gelegen sein, das ist mega Luxus und dann fühle ich mich eigentlich am besten. Nicht gegen mein Umfeld, aber ich bin auch mega gerne einfach für mich, allein nicht einsam. Ja, ich kann das, was du am Schluss gesagt hast, kann ich sehr gut nachempfinden, weil irgendwann gibt es den Moment, wo man sich mal einfach mit sich selber beschäftigen und finden, in irgendeiner Art und Weise müssen wir miteinander klar kommen, ich und ich. Ja, ja. Und je früher man das hinkriegt, dass man sich liebt, was nicht heisst, dass man fehlerlos ist, weil man liebt ja auch andere Menschen mit ihren Makel. Aber dass man sich anfängt zu gerne haben, dann kann man es auf einmal auch gut mit sich und dann kann man auch gut allein sein und nicht einsam sein. Was ich mir aber nicht so sicher bin, ist der andere Teil, weil ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich bin mega schnell, irgendwer hat mich gerade wieder gefragt, gestern hast du das erste Mal gehört und heute ist es schon die Lieblingslied. Und ich sage, ja, in dem Moment ist es mein Lieblingslied, ich höre es nicht lieber als das Lied momentan. Und das gibt es mit ganz vielen Sachen, wo ich kann mich dann sehr wohl in etwas reinsteigern, dass ich dann, fragt mich nicht, äh, im Kampfsport finde ich irgendeinen Fighter, finde ich mega geil. Und dann bin ich so zwei, drei Wochen besessen mit diesem Mensch. Ich finde, ich entdecke einen neuen Komiker, den ich super finde. Dann schaue ich Interviews von dem bis zum Gehtnichtmehr. Und ich bin zum Beispiel auch Fussballfan, nicht ein Fanatischer, aber ich komme von Basel, ich finde der FCB geil, sorry. Und, ähm, wenn die gewinnen, freue ich mich. Und wenn sie verlieren, bin ich ein bisschen traurig. Und ich weiss nicht sicher, ob es geil ist, wenn man alles nur auf sich bezieht und bei sich hört, sondern wenn man so zwei, drei Sachen in externe Hände gibt, dann gibt es auch einem noch, eben, nicht eine lebensbeeinträchtigende, aber dann gibt es einem auch noch vielleicht eine Freude. Oder vielleicht einmal ein bisschen, äh, einen negativen Touch von einem so, ah, shit, jetzt haben wir 4-0 verloren. Aber, aber irgendwie, habe ich, ich romanziere das dann. Ich finde dann auch irgendwie, traurige Teile finde ich dann irgendwie noch schön. Ja, also weisst du dich an Sachen erfreuen, ist ja eine Sache. Aber damit du dich erfreuen kannst, musst du doch auch ab und zu das Gegenteil erleben. Ist ja die klassische Geschichte. Klar, das eine geht nicht so ohne das andere, einfach der Kontrast macht überhaupt das eine. Also, es existiert ja nicht, wenn es nicht geht. Nein, also, das eine ist Sachen schauen. Also, wenn ich zum Beispiel im Fussballmatch schaue und ich erfreue mich an diesem Spiel, dann ist es die Spielart und es ist so wie das Werk von den Leuten, das mich interessiert. Also, das was gemacht wird, interessiert mich immer mega. Aber die Person, so der Personenkult und so, das ist zum Beispiel überhaupt nicht etwas, was ich verfolgen kann. Und jetzt, wenn, wenn Mannschaft verliert, also weisst du, ich kann jeden Match auf der Welt schauen und bin meistens so ein wenig für den Underdog immer so der, der so ein wenig Verlierer ist und so. Ja, ja. Aber, es ist immer so, immer, immer so ein wenig gegen den Stroh, immer so das, was die Leute und irgendwie nicht so dahinter stehen, bin ich immer so, versuche ich immer zu verteidigen und versuche immer so ein wenig die Seite einnehmen. Aber das ist dann wie ein Film für mich. Du gehst auch nicht aus dem Film und findest, oh fuck, der hätte sie sollen, also, keine Ahnung. Es ist, es ist, also vor allem, was Negativität angeht, einfach so blanke Negativität. Ich finde auch so Melancholie und bla und so, das ist auch ein mega cooler Teil zum Erforschen und ich kann mal dreingehen und sich mal so reinfühlen, auch in so Gefühle. Aber eben nicht, dass ich mich jetzt voll so hässig werde, weil irgendeiner ein Penalti verschossen hat. Ich finde dann einfach, der hat es voll weggekackt. Und ja, also ich bin mehr der Zuschauer in der Welt, allgemein. Ich ergreife fast nie eine Partei für irgendetwas und schaue einfach zu und finde so, lieben sie sich, ist chillig, schlachten sie sich ab, easy. Also ich bin überhaupt nicht einer, der da versucht, irgendwie seine eigene Doktrin irgendwo durchsetzen und findet, ich werte jetzt Sachen anhand von meinen Idealen oder so. Ich finde einfach, ich lasse es passieren und schaue einfach zu. Ich frage jetzt mal etwas Blöds, aber hast du nicht das Gefühl, dass das zum Teil in eine Gleichgültigkeit fallen? Es hat schon eine Art Gleichgültigkeit, aber… Ist das etwas Positives? Es kommt darauf an, was die Intention dahinter ist oder was die Überzeugung dahinter ist. Gleichgültigkeit im Sinne von wirklich apathisch sein und wirklich teilnahmslos, so ein Ding. Das ist sozusagen die destruktive Seite oder die destruktive Art, das zu machen. Aber du kannst auch dich selber weniger wichtig nehmen, und ich finde so, hey, mein Standpunkt oder mein Einfluss oder meine Ideale sind jetzt gar nicht massgebend, sondern ich bin jetzt… Also völlig… Ich habe gar keinen Einfluss auf alles. Ich bin einfach da und ich schaue zu und ich… Es ist so wie eine optimistische Art von Nihilismus, den ich so ein bisschen für mich entdeckt habe. Es ist eigentlich alles scheissegal. Ich habe sogar für meine Solotour, falls es irgendwann mal eine gibt, überlegt, Scheiss doch egal wäre so ein geiler Titel. Weil einfach eigentlich… Das ist kompliziert. Scheiss doch egal. Ja. Das war mal ein Wortdreier, das ich hatte und dann durchgezogen. Nein, aber weisst du, so die Haltung von… Chillen zu einfach. Weisst du, wir müssen nicht unsere Existenz oder unsere Dinge oder Sachen, die passieren, zu ernst und zu wichtig nehmen. Weisst du, wenn ein Fussballspieler oder ein anderer Fussballspieler schlägt, mit dem Ellenbogen ins Gesicht oder irgendetwas, dann nur weil er das Spiel zu ernst nimmt. Weisst du, wie ich meine? Weil er einfach so krass dort drin ist und sich verliert in dem Spiel, dass es kein Spiel mehr ist für ihn. Und diese Metapher übertrage ich sozusagen auch ins Leben. Weisst du, dein Job oder dein alltägliche Ding, was du machst. All das kannst du auch zu ernst nehmen. Wenn sich ein Banker wegen einem Aktienabsturz irgendwo von einer Brücke stürzt, dann ist er ein Vollidiot, Mann. Dann hat er einfach das Leben zu ernst genommen in dem Bereich, wo er sich befindet und meint, das ist das echte Leben. Dabei geht es einfach nur um das Sein. Allein, dass du einfach bist, langt und alles andere ist dann so ein Bonus. Ich verstehe, wenn der Fussballer das Spiel zu ernst nimmt. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht so weit gegangen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich auch wie mich selber verteidige, auch wenn du jetzt vom Fussballer redest. Weil ich so tief mit meinem Grund in Comedy drin bin, von morgen bis zum Abend. Und alles andere zweite bis 37. Priorität hat. Dann habe ich das Gefühl, ich nehme das schon mega ernst. Aber ich verstand, was du meinst, dass es immerhin nicht in eine Selbstzerstörerregie geht. Genau. Dass wenn das stirbt, du mit dem auch stirbst. Ja. Aber wenn ich nichts mehr mit Comedy machen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich am Boden zerstört. Aber ich weiss noch, als ich Theater gespielt habe und dann habe ich bei einer Premiere drei Sätze nicht ganz richtig gesagt. Und dann habe ich die halbe Garderobe auseinandergenommen. Und dann habe ich es so hessig gesehen. Und das habe ich nicht mehr, weil mir irgendwie eine Comedy hilft. Weil ich so denke, selbst wenn du einen schlechten Auftritt hast, hast du wieder etwas gelernt. Und du kannst es konstant weiterentwickeln. Und das ist ja Material für den nächsten Auftritt. Das finde ich bei der Comedy wirklich eines der grössten Vorteile. An Fehlschlägen und Niederlagen und so. Das ist alles eigentlich wieder, das führt dir jetzt eigentlich wieder. Genau. Aber beim Fussballer verstand ich natürlich schon. Also sprich, mir ist der Fussballer lieber, der keinen Elbogen ins Gesicht schlägt, sondern einfach auf dem Platz auf dem Feld Gas gibt und rennt und sich abspult. Aber ich verstand es ein Stück weit, wenn der sich so reinsteigert und ihm das Wichtigste in seinem Leben ist. Weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht Profi geworden. Ich sage aber schon, du bist im absoluten Profi-Bereich, wo wirklich deine ganze Familie und Verwandtschaft wahrscheinlich von dir auf eine Art abhängt und du wirklich mega da rein musst. Und ja, eben, weisst du, die Kobe Bryant Mentalität, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, all die Leute, die sich richtig richtig in nichts mehr verlieren wollen. Vielleicht macht es dort noch irgendwo durch den Sinn, aber wir haben das auch in der vierten Liga und so. Weisst du, ich verstehe nicht, wie kannst du in so einer Hobby-Mannschaft spielen, wo du zwei Mal in der Woche trainierst und völlig einfach einlaufen, matchlermässig, und dann in den Match gehst und alle machen einen auf die Champions League, und hey, Schiri, und da, und da, und schupfen sie. Dann finde ich, können wir nicht mal da Spass haben, können wir nicht mal das Spiel als Spiel einfach zelebrieren. Also, das verstand ich zu 150 Prozent. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen anderer Bereich. Es ist eigentlich genau das Gleiche, einfach, es ist ein bisschen legitimer, weil halt wirklich auch Werte und so Existenzgrundlagen dahinter sind. Ein bisschen verständlicher, aber es ist genauso behindert. Ich habe zum Beispiel als Teenie Basketball gespielt, und allein dort ist mir so viel Spass weggenommen worden, wo ich vor, ich weiss nicht mehr, ich glaube, dritten Junioren, drei, bla bla, irgendwie so. Bei denen habe ich gespielt, und das ist halt wirklich einfach ein paar Idioten, die ab und zu einen Ball in den Korb geworfen haben. Und ich war ein großer Basketballfanatiker, und irgendwie habe ich nichts schlecht gespielt, sodass ich als Einziger dann in die erste Mannschaft gekommen bin. Vor halt, ich weiss nicht mehr, 14 bis 16, irgendwie so. Und wir sind zuerst einmal rausgekommen, mein Vater kriegt so einen Brief, wo dann irgendwie drin steht, Verschiebung von 3 auf 1 und so. Und wir sind dann überhaupt nicht rausgekommen, und dann hat er angerufen, und dann ist er ganz stolz gewesen und hat sich gefunden, das heisst, dass du als Einziger quasi befördert worden bist. So, und danach habe ich, ohne Scheiss, kaum ist der Bescheid gekommen, habe ich so riesengroße Eier gekriegt, weil ich einfach gefunden habe, ich bin so viel besser als dir alle, weil ich bin als Einziger befördert worden. Und dann, das ist wahrscheinlich der beste Match, den ich jemals in meinem Leben gespielt habe, beim letzten Training, wo ich mit dem Drey hatte, habe ich so eine Selbstbewusstsein gehabt, und fand ich, ich komme jetzt und zeige euch, warum ich hier befördert worden bin. Und es hat alles funktioniert, was ich machen wollte. Einen habe ich dann sogar, so richtig übertrieben Bluffing, wo dann halt eigentlich müsste ich verschlossen werden, so einen zwischen den Beinen geworfen, und so einen No-Look-Pass, und alles so Zeugs, und am Schluss habe ich mit 32 Punkten gemacht, in einem Trainingsmatch, wo eine Halbzeit gewesen ist, und bin dann so gegangen, so von wegen, tschüss der Pisser, macht's gut, die Idioten. So, oder? Und dann komme ich in die Erstmannschaft, und heute ist es schon, wir haben ja mega Druck und irgendwie so Psycho-Games in der Garderobe, und das ist irgendwie 14-jährige Buben. Weisst du, wie ich meine? Und es ist dann wirklich, alles wird verglichen, und auch in der Dusche wird alles verglichen. Also nein, es ist dann wirklich so völlig übertrieben, aber es geht dann konstant. Du bist eigentlich Team-Kollege, aber er macht dich dann irgendwie psychisch auch noch ein bisschen kaputt. Und dann habe ich jetzt vor, das ist jetzt wieder 3-4 Jahre oder so, habe ich gedacht, ich spiele in so einem Plauschverein mit, und das war am Montag zu oben. Und das sind erwachsene Männer, die ihren ganzen Frust, wo sie am Montag innerhalb von 8 Stunden, seit sie wach sind, sich schon angestaut haben, dort dann rauslassen, wo ich dann genau das Gleiche denke, wie du sagst, kann man nicht einfach Spass an diesem Spiel haben? Ja, voll. Sondern wirklich, die einen hat mal Schlägerei gekickt. Und zwar wirklich, jemand war so, das dritte Mal, wo du mich irgendwie so von der Seite blockst, und daran so, was ey, und so, und dann wirklich haben die sich wirklich verschlägen, 35 Jahre und 28 Jahre, und so, was läuft mit euch? Und Trashtalk ist ja auch ein grosser Teil beim Basketball. Aber Trashtalk ist nicht das gleiche, wie, du kommst mit einem Frust in ein Training, wo wirklich, dort ist auch gar nichts gegangen. Also, das sollte eigentlich einfach ein bisschen Spass machen. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Aber dann hast du also, einer findet irgendwie, fragt mich nicht, ich finde jetzt Curry einen geilen Spieler, und bewegt sich dann so ein bisschen an. Ja, ja. Ja, sicher, sicher. Und das verstand ich dann wieder zu 100 Prozent. Und logischerweise, ein Fanatismus ist dann zum Teil auch schwierig, weil beim Fussball, finde ich es geil, ich gehe öfters an einen Match, beim Fussball hast du dann immer so zwei, drei Drumherum, wo wirklich auch, wegen jedem Scheisse, und sich nichts mehr spüren, oder? Und dann aufstehen, und du sagst, ich iss dir auf deine Wurst, ich freue dich, wenn es ein Goal gibt, aber es geht dann schon so extrem. Aber, aber eben, was ich dann immer so ein bisschen Angst habe, ist, zum Beispiel, ich mache jetzt keinen Sport, weil das Basketball-Ding hat mich auch wieder ein bisschen gestresst und so. Und ich habe dann zum Teil Angst, ah shit, mache ich aber irgendwie sonst zu wenig. Mhm. Weißt du? Mhm. Und was machst du denn noch? Aus dem sozialen Aspekt, oder sportlich? Nicht nur sozial, grundsätzlich, weißt du, wenn ich einfach, ich stand auf, ich mache Comedy, jetzt mache ich noch einen neuen Podcast, ab und zu eine Radiosendung, und, und, das ist es eigentlich, so, oder? Und, dann denkst du, ja, aber eben vielleicht, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ein Fitness-Sender der Füllung ist. Nein, nein. Oder Joggen. Also, im Joggen kommt darauf an, also auf dem Laufband nicht, nein, also, nein. Auf der Busse reine, regelmässig. Das ist eben, das sind so Sachen für mich, ich kann zum Beispiel, ich bin noch nie länger schwimmen. Mhm. Ich bin noch nie, einmal bin ich Joggen, und habe es bereitet. Nein, zweimal, einmal mit einem Kollegen, wo ich dann, am Anfang dachte ich, super, weißt du, siehst du immer so, ja, dann sprechen wir so miteinander, und dann hatte ich so, ja, auf jeden Fall bin ich gestern da, dann habe ich das gemacht, und irgendwie so, nach 10 Minuten habe ich gemerkt, ja, das bringt eh nicht, wenn ich jetzt mit ihm schwarz, weil auch so, ha, 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 ha. Und, und dann habe ich so gedacht, ich sehe, wie nicht der Sinn dahinter, dass es eben, auf den Bus rennen, denke ich, ja, du musst den Bus kriegen. Ja, ja. Und, aber so ein zielloses, meinst du? Surfen, ich liebe Surfen. Und, dort kraulst du wieder, gröscht die Vollhung, dass du überhaupt mal, die Welle kriegst, und dann kannst du draufstehen, und dort macht es Sinn für mich, wenn du sagst, sonst kriegst du die Welle nicht. Ja. Aber, in einem Bäckchen, so, jetzt ist die Wand, jetzt ist die andere Wand. Ja. Aber, eigentlich braucht es sich noch, äh, eben, braucht es sich noch etwas? Ja, weil es kein Ziel hat, sozusagen, weil du nicht von A nach B gehst, sondern du bist einfach im Ding. Aber ich glaube, das hat schon auch so ein, nebst dem Sport, weisst du, so ein, einfach den Moment, fühlen, so, so, so ein Element von, fast so meditativ, vor allem beim Schwimmen. Mhm. Wenn du einfach drin bist, und das machst, und, so wie das, der Weg ist das Ziel, sozusagen, eigentlich das ist. Ich finde, beim Joggen, habe ich es gemerkt, wenn du Kopfhörer drin hast, und irgendein geiler Sound läuft, und du bist dann irgendwo, wo vielleicht, weiss nicht, ich fühle mich dann, wie in einem Film, wo du so, irgendwo am Berg drauf rennst, und oben ankommst, und dann hast du eine Aussicht, und die Musik macht, so wie, den Soundtrack zu dem, was du gerade machst. Absolut. Dann kannst du dich schon im Moment verlieren, oder es blitzt dich einfach so ein bisschen wieder frei, und, aufatmen, auch seelisch, sozusagen. Das sind so Aspekte, wo es wahrscheinlich auch ausmacht, das, das Sporthy, wo du bekommst. Aber, ich habe das Gefühl, ich habe das auch ohne Sport. Absolut sicher, eben. Ich zum Beispiel, ich höre extrem gerne Musik auf den Kopf hören, und, wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bin, dann liebe ich es einfach rumzulaufen. Ja, voll, du laufst noch schon anders, nicht? Genau. Du steckst aus dem Bus, und der Sound kommt, und du bist so voll im Videoclipp. Ich höre ab und zu, höre ich Jazz, und dann habe ich aber gemerkt, ich kann nicht Jazz hören im Auto, ich kann nicht, ich kann nicht Jazz hören, wenn ich schnell nicht mehr nahe muss, weil das mich dann so wie zusätzlich stressen. So. Hingegen, wenn ich wirklich Zeit habe, und einfach mal eben, ich gehe jetzt spazieren oder so, und dann höre ich Jazz, dann finde ich es grossartig. Irgendein John Coltrane Lost Album hat es jetzt wieder gegeben, und dann habe ich das gehört, und dann habe ich natürlich per Zufall irgendjemanden getroffen in der Stadt, der dann so gesagt hat, hey, ist alles okay mit dir? Ich kann es mir nur vorstellen, ich kann es mir nur vorstellen, wie ich so völlig abgespaced mit Jazz durch die Stadt lebe. Und ich hatte dann das Gefühl, das ist so schon die Seeleberuhigung. Aber es ist für mich darum trotzdem noch, wie ich sage, es ist ein Mysterium. Du bist ja eigentlich ein Mysterium für mich. Weil, wir kennen uns seit eineinhalb Jahren, wir haben es lustig, und du sagst dann immer so mega philosophisches Zeug und so, aber, ich weiss nicht mehr eigentlich, weisst? Ja, ich bin auch völlig nicht auf der persönlichen Ebene, wenn es um Konversationen und so geht. Also weisst du, was soll ich irgendwie, biografisch irgendwie, weisst du, ah dies und das und bla. Ich habe auch, also es ist wirklich sehr viel, hat sich in den letzten paar Jahren erst so entwickelt, weisst du, dass ich mich entschieden habe, wie möchte ich denken, wie möchte ich überhaupt sein, was sollten so die Grundpfeiler sein, von meinem, von meinem Denken, Prinzipien und keine Ahnung. und dort ist es immer weiter weg vom Ego, also alles was so dich als Person und vor allem, all das wo, also die Vergangenheit, also Leute, die ihre Vergangenheit anschauen und sagen, mir ist das passiert, dann ist das und das nicht gut gelaufen, und dann ist der und der und meine Eltern und das und das und das, was nehmen sie denn als, sozusagen, als Dominoeffekt für ihre Zukunft. Mhm. Was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Das verstand ich absolut. Ich ärgere mich immer bei den Filmen, wo irgendwer irgendeinen Scheiss macht und dann kommt so die Backstory und dann, oh er ist früher von seinem Vater mit dem Gurt geschlagen worden und darum ist das alles. Mhm. Ich finde das immer so ein bisschen die Opferrolle von der Vergangenheit, von den Sachen, die dir passiert sind, als Grund für irgendein zukünftiges Ereignis oder deinen Werdegang. Und darum erzähle ich auch nicht viel über biografisch oder so, über einfach, wenn jemand mich fragt, easy, aber mich interessiert viel mehr grössere Sachen und Themen, die halt viel grösser sind als so, das Einzelne oder der Einzelne. Bist du Buddhist? Nein. Hinduist werden dann, aber nein, nein, überhaupt nicht. Und die Lösung vom Ego ist ja eigentlich sehr buddhistisch. Ja. Aber es gibt ja trotzdem, überhaupt nicht einen Grund, warum du das irgendwann angefangen hast. Also es ist vielleicht nicht, es ist vielleicht nicht hauptverantwortlich, aber es ist sicher ein Mitauslöser gesehen, weil, wir haben mal eine Sendung, wo ich beim SRF noch moderiert, eine Woche rund schon, da hatte ich dann mal zu Gast. Und du hast, du hast als Gastgeschenk, als Gastgeschenk, hast du einen Totenkopf mitgenommen, und hast gesagt, ja, das ist eine ganz tolle Geschichte, eine ganz positive Geschichte. und dann erzählst du mir live auf dem Sender. Das erste Mal. Ja, ich bin fast mal gestorben. Fast, irgendwie mehrmals. Stimmt, so hast du es gesehen, ich bin mehrmals gestorben, für mehrere Sekunden kleines Tod gesehen. und so. Und das geile ist, die Woche schon ist es ein Unterhaltungsquiz von der Woche, so ein bisschen. Und die Musik im Hintergrund ist so, diri, 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 diri. Und ich habe so gedacht, Jesus. Und es gibt so klassische Geschichten, die ich ein paar Menschen im Umfeld schon erlebt habe. Ganz klar, ein Erlebnis, völlig einschneidend, frag mich nicht, Autounfall, irgendetwas, oder mal, kann schon länger, dass man eine schwere Krankheit hatte, und man hat sie besiegt, und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Sachen, und dass ab dem Moment sich etwas ändert. Und bei dir ist es, glaube ich, eher so ein fliessender Prozess, weil, also warum bist du mehrmals klinisch tot gewesen, weil du, wenn ich es jetzt richtig sage, die Empfindlichkeit am Ellbogen, Ellbogen und Knie. Ellbogen und Knie. Ja. Dass wenn man sich irgendwie anschlägt, dann zuckt es ja normalerweise so, wie ein elektrischer Stromschlag. So vom Gefühl her. Und bei dir hat es immer schnell das Herz abgestellt. Ja. Es hat einfach überreagiert, Tunnelblick, ohnmächtig, und dann, ein paar Sekunden Herzstillstand, und dann wie so ein Reboot einfach. Ein Reboot. Er hat mich mein Vater so aus dem Babybett so rausgelupft. Und es hat so ein Gitter vorne dran gehabt, und meine Beine sind so wie über das Gitter nur geschleift. Und dann, wo die Beine frei gekommen sind, habe ich meine Knie bei ihm am Arm angeschlagen. Und dann einfach so, das Gnick einfach so, also der Kopf ist dann so, ich bin einfach ohnmächtig geworden. Dann hast du den Kopf auf die Seite, und der Vater hat so gemeint, oh mein Gott, oh mein Gott, das Kind stirbt einfach so in deinen Händen. Stell dir das vor, mit den drei Monaten. Voll, nachher eben, haben sie mich so ein wenig, ja, wieder wach bekommen. Und dann ist das ein paar Mal passiert, halt in der Kindheit. Beim Spielen, also beim Cousin in Solothurn, wo wir vom Bürotisch seiner Schwester aufs Bett gumpelt sind. Ich habe ein Salto gemacht, mir hat jetzt einen Atem verschlagen, und dann bin ich auch umgekippt. Und mein Vater hat dann immer, also du gehst dann so in Schockstarre mässig, weisst du, das Gebiss verkrampft sich, alles verkrampft sich eigentlich, und du musst das Gebiss lösen, die Zungen raus und so, die Seitenlage und so. Und irgendwann, mit 13 oder so, ist das das letzte Mal passiert, und dort bin ich im Badzimmer gewesen, mich auszogen, und habe dort meinen Ellenbogen angeschlagen, am Lobo, und bin dann umgekippt und bin noch auf Badwannen angeschlagen und so, und ich habe immer noch leichte Bühlen und so, ist noch nicht ganz weg. Und dort sind wir zum ersten Mal ins Spital wegen dem. Vorher sind wir nie ins Spital. Dort sind wir ins Spital. Was hat sie denn gemacht, als du drei Monate alt bist? Und mein Gott, er ist tot. Ah nein, er lebt wieder. Okay, egal. So. Ja, sie wollte mich gleich weg rühren und dann bin ich aufgewacht. Nein. Ähm. Ja. Dann sind wir ins Spital? Ja, dann sind wir ins Spital. Ähm. KSW Winterthur. Danke vielmal. Für die Unterstützung. Sind wir dort runter gegangen. Ähm. Sie haben mich ein paar Nächte unter Beobachtung gehabt. Und dann habe ich Tabletten bekommen, habe diese nehmen. Während der Tabletteneinnahme, während dieser Periode, habe ich auch mein Knie da und dort mal angeschlagen. Mhm. Und, habe aber mir immer gesagt, hey, ich nehme ja die Tabletten, das kann ja gar nicht mehr sein und so. Und dann habe ich so durchgeatmert und dann ist so kurz schwarz, aber wiedergekommen und ich bin nicht mehr ohnmächtig geworden. Mhm. Und Jahre später, wirklich vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor ich mit dem Comedy-Zug angefangen habe, gehe ich zu meiner Mutter und sage, hey Mutter, weisst du noch, früher, als ich gestorben bin und so. Und sie so, was, was ist mit dem? Ich so, weisst du noch, was das war? Ich habe versucht zu googeln und habe nichts gefunden. Und sie so, wieso passiert das wieder und so. Ich so, nein, es kann ja nicht mehr passieren. Ich habe ja geheilt und so. Aber weisst du noch, wie das Geist hat? Und sie immer darauf pocht, sie so, sag mir, wenn es wieder passiert. Wenn es wieder passiert, dann muss ich es mir sagen. Ich so, hey, es kann nicht mehr passieren, oder? Also, was ist es gewesen? Und sie so, ja, eigentlich darf ich dir das nicht sagen. Und dann bin ich gerade hellhörig geworden. Ich so, hey Mutter, was, erzähl mir jetzt, was das ist? Kannst du mir wirklich nicht sagen, welche Medikamente und so? Und sie so, ja, nein, weisst du, die Ärzte haben nicht herausgefunden, was du hast. Und bei der Beobachtungsphase ist einfach nichts gewesen. Und erst, nach diesen Tabletten Dingen ist es einfach weggegangen, aber es sind Placebo, es sind Placebo-Tabletten gewesen, einfach so irgendwie Zuckertabletten. Hast du irgendwie, in dem Projekt? Ja, wahrscheinlich irgendetwas Ding. Und weil ich es jetzt weiss, hat sie am Anfang auch wieder Angst hat, dass wenn es wieder passiert, jetzt durch das Wissen sollte der Placebo-Effekt vielleicht ausgeschaltet werden oder irgendetwas ist nicht mehr vorgekommen. Aber seitdem habe ich das mega, wirklich bin ich voll da drin und habe mega viel, also auch über die Forschung vom Placebo-Effekt erfahren. Es gibt mega viele Studien, wo du machst als Mediziner, immer wenn ein neues pharmakologisches Erzeugnis kommt, muss man das testen und mit einer Kontrollgruppe, die Placebos bekommt, auch bestätigen, dass das wirklich der Effekt von den Tabletten ist. Dann hast du Heal geschaut auf Netflix. Nein. Schau das. Es ist verdammt crazy. Aber das ist schon vor, dass du eine Kontrollgruppe hast und es ist nicht unüblich, dass die Kontrollgruppen mit den Placebos auch bis zu 60, 75 Prozent darauf reagieren. Ein Kollege von mir hat bei der Seilpost gearbeitet oder gearbeitet dort. Dort haben sie mal einen Fall gehabt, wo ein Umschlag geöffnet worden ist bei der Verzollung. Dort müssen Sie immer reinschauen, was drin ist. Und dann ist das Pulver ausgelehrt und dort ist so mit Giftpulver-Sachen Anschlag, mega Paranoia gewesen. Und dann haben sich irgendwie 12, 13 Leute einliefern lassen ins Krankenhaus und bei über der Hälfte der Leute hat es wirkliche Vergiftungserscheinungen gegeben bei den Bluttests. So Antikörper haben sich gebildet und so. Und dann ist herausgekommen, es ist Backpulver. Das ist der Nocebo-Effekt. Das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Und diese zwei Sachen haben mich so fasziniert. Ich bin mega dort drin. Die Spontanheilungen von irgendwelchen Leuten und Plan und Selbstheilungskräfte vom Körper und all das Zeug. Und dann bin ich voll in das Ding hinabgedeckt. Was war deine Frage? Das war eigentlich scheissegal. Das ist eigentlich scheissegal. Ich habe mal irgendeinen RTL pro 7, was weiß ich, Beitrag gesehen, wo sie ans Oktoberfest sind und alkoholfreies Bier ausgeschenkt haben. Und Menschen, also nicht alle, aber so 80% sind trotzdem hackenvoll geworden. Und zwar wirklich, weißt du so, was hast du das Gefühl, wie viel hast du jetzt Promille? Ah, sie hat 2,1, ja, sie hat schon 4 Massen und so. Und dann machen sie den Alktest und es ist wirklich 0,0. Ausser eine, die hat dann wirklich gesagt, ganz ehrlich, ich habe 2 Massen trunken, normalerweise könnte ich jetzt nicht mehr tun, das kann nicht sein. Aber alle anderen haben sich wirklich den Stopp so offen gefühlt in diesem Moment. Ist das ein Placebo oder ein Nocebo? Das ist ein Nocebo, oder? Kommt drauf an. Alkzebo. Nein, ich glaube schon ein Placebo, weil du ja etwas einnimmst in der Erwartung. Genau. Ja. Und, äh, was ist das? Heal auf Netflix? Ja. Wo es um das geht. Genau, wo mega viele Leute darüber berichten, wie sie selber sich gehalten haben. Die eine Frau hat irgendwie Krebs gehabt und überall die Humore, die ganze Wirbelsäule auf und im Kopf und dort und dort. Und sie ist eigentlich ins Komma gehalten. Wirklich, es war ein Endstadium. und hat dann so einen Moment gehabt, wo sie in der, weiss ich nicht, geistigen Welt sozusagen sich gefühlt hat, in dem, in dem, halt, dort wo du halt bist, nach dem Tod, wo auch immer. Und hat irgendwie ihren Vater gespürt, seine Präsenz und hat wahrscheinlich mega Probleme gehabt mit ihrem Vater und hat dort aber, von ihm, wie so, das Gefühl bekommen, so überhaupt keine Verurteilung, wegen was auch immer. und hat so die pure Liebe gespürt, in dem Moment, ist aufgewacht. Und dann hat sich wie ein Knopf gelöst bei ihr und sie hat sich im Eiltempo, ist sie geheilt worden. Etwas, wo du nie im Leben medizinisch könntest sagen, dass es funktioniert. Und das ist, die Krebsforschung ist sowieso, also, mega fragwürdig. Also es gibt, es gibt sehr viele Studien, wo so psychosomatische Gründe für Krebserkrankungen erforschen. dass du eigentlich durch irgendwelche Traumas, die du halt psychisch hast, dann gewisse Sachen in deinem Körper in Gang gesetzt werden, die dann Überfunktion von gewissen Organen hervorrufen, die dann eben zusätzlich wie Gewebe sich anfangen zu bilden und das dann als Tumor oder als Krebszelle. Also du, wo den Placebo-Effekt selber erlebt hast, glaubst du denn eben an so etwas wie das eine sich selber durch Willenskraft hat können von Krebs befreien? Also Oder kann das einfach eins von Millionen Fällen sein, wo man sich halt nicht erklären kann, warum oder vielleicht kann man sogar mittlerweile wissen. Es reicht ja, wenn einer passiert. Ja. Aber das ist eben die Frage. Ja. Ja. Also ich glaube eben zu deiner Ursprungsfrage zurückkommen, wegen einem einschreienden Erlebnis im Leben, wo dann die Leute umdenken und so, finde ich auch immer ein bisschen kritisch. Vor allem, viele, die einen Autounfall haben, nachher mega religiös werden oder sich irgendwo sonst irgendwo rein verfangen. Und bei mir ist wirklich so ein schleichender Prozess von Sachen, die lang vorbei sind, aber wo ich jetzt neu aufgerollt habe und wieder neu anfange an darüber zu denken. Und eben, es ist so viel mehr als das physische, körperliche, was wir halt so uns damit abfinden. Und das ist halt mega spannend, zum darüber hinaus Sachen erforschen und überlegen, was also die Natur des Menschen ausmacht, nebst dem physischen. Aber du hast auch mal einen schlechten Tag, oder? Jaja, sicher. Ich sage nicht, dass ich mich dem entziehen kann, dass mir Sachen widerfahren, die ich dann anschissen habe. Ich meine, jeder hat einen Job und weiss, wie so Einflüsse auf einen wirken können. Mein letzter Job war auch nicht immer nur ein Happy Day oder so. Also, was mich negativ am meisten beeinflusst, sind Freiheitseinschränkungen. Und zwar in jeglicher Form. Egal wie, auch wenn ich jetzt nur muss meiner Mutter wieder zuhören, wie sie ihren Tag mir erzählen muss und das Mitteilungsbedürfnis hat und überhaupt keine Storytelling-Skills am Tag legt und einfach nur chronologisch abrackert und du schon das Ende siehst und eigentlich sagst, okay, ich weiss, was herführt. Ähm, auch so Kleinigkeiten, einfach so ein bisschen die Freiheit, also Fremdbestimmungsgrad von meinem Leben, ist das Einzige, was mich irgendwie noch negativ beeinflusst. Sobald ich meine letzte Kette sozusagen abgelegt habe, wäre ich vollkommen glücklich, weil dann kann ich meinen Alltag bestimmen. Und wenn du so lange 8 Stunden am Tag irgendwo sein musst und für jemand anderen aktiv bist, als für dich selber, dann musst du krampfhaft deine eigene Bestimmung in dieser Tätigkeit suchen. und dir selber so Sinn geben in dem, was du machst, wo... Das habe ich lange als Gefühl gehabt, und jetzt bin ich vollbrüfflich Komiker und habe nicht das Gefühl, dass ich fremdbestimmt bin. Trotzdem habe ich 120 Termine im Jahr und das zum Teil schon zwei Jahre im Voraus. Ja. Fix. Also ich weiss nicht, ob das jemals ganz verschwinden kann. Na klar, aber du machst jeden Termin. Also es wird für dich gemacht und du hast immer nur dein Vetorecht bei jedem Termin. Du weisst aber, es ist Einnahmequellen zum Teil, wo du halt Sachen machen musst. Aber es ist trotzdem so, wenn es ein Kompromiss ist, dann ist es immer nur die absolut beste Option von diesen freiheitseinschränkenden Sachen, um zu sagen, ich mache etwas, das mir gefällt. das halt in dem Mass, dass es mich doch einschränkt, also meine Zeit halt verplant ist. Aber das ist völlig von dir aus. Das Schöne bei dir finde ich, dass du so einen gesunden Optimismus und so eine schöne Euphorie hast auch gegenüber so Sachen. Weil, eben, du machst noch nicht lange Comedy und ich muss sagen, du hast mich persönlich auch wieder ein bisschen beflügelt, weil du so Freude hast an das. Und, und manchmal verliert man sich in dem ganzen Ding drin, wo man sich eben dann auch kurz sich zurückerinnern muss und mit sich selber muss sprechen, vor sechs Jahren. Als ich das an mir haben müssen sagen, vor sechs Jahren habe ich mal davon träumt, überhaupt jemals mit einem Soloprogramm aufzutreten. Und dann irgendwann bist du auf einmal so zu mitten im dritten oder was auch immer und bist so, ne, heute sind nur 40 Leute da. weisst? Ja, ja. Und wenn du das dem Typ vor sechs Jahren sagst, sagt er, wenn ich jemals vor 40 Leuten ein Soloprogramm spiele, weisst du, wie glücklich bin ich und so. Und, und du hast, du hast bei mir, eben so vor, äh, vor eineinhalb Jahren oder so, hast du das recht gut in mir wieder führen geholt. Ich sage nicht, das ist komplett weg gewesen. Aber, äh, einmal, äh, hast du, weiss ich noch, hast du halt die Gage gekriegt. Und dann war ich deine erste Gage und es ist nicht einmal eine grosse gewesen. Also, es ist eine Nötle gewesen, das kann ich sagen. Und, und du hast dich so gefreut. Du hast gefunden, ah, jetzt kriege ich sogar noch Geld, für das ich vor, halt aufgetreten wäre. Ja. Eben. Und das hat, das hat mir einfach mega, äh, Freude gemacht, dass man so, dass man so, so eine, so eine Euphorie und so einen, so einen Enthusiasmus gegenüber etwas, um zu haben. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, ähm, in allem, was man macht. Ich zum Beispiel, ich bin kein Gin-Trinker. Ja. Und es gibt 150.000 Gin-Bars mittlerweile. Mhm. Aber, äh, wo wir in, in, in St. Gallen in der eigenen Bar auftreten sind, wo auch eine Gin-Bar ist. Und, ich weiss nicht mehr, wann er heisst, aber der Typ. Mhm. Und dann einfach halt erklären, warum jetzt der Gin mit dem Tonic und dort und so, hast du gemerkt, der hat nicht eine Gin-Bar, weil, äh, macht man jetzt einfach schnell so. Sondern der hat eine Gin-Bar, weil das ist eben sie übertrieben, äh, sie ist mega, sie Fussball-Ding. Ja, ja. Und, 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 da habe ich es dann mega geil von. Ich muss sagen, du bist ein geiles Sieg und du hast auch absolute Euphorie und Enthusiasmus vor etwas. Absolut, absolut. Ich finde einfach, also, bei dir ist auch ein bisschen andere Ausgangslage wahrscheinlich. Also, du bist, also, du bist, dir ist ein bisschen die Wiege gelegt und so, du bist anders aufgewachsen, du hast sehr früh schon reingeschaut in solche Sachen und, hast, ja, sehr früh schon deine ersten Schritte in das gemacht und, hast die Versklavung vom, von den, von den normalen Prüfen und so, durchgemacht und hast sofort, eben, mit deinem eigenen Zeug früh loslegen und, bei mir ist halt, ein bisschen länger gegangen und es hat sich viel mehr aufgestaut und jetzt, wo, wo das kommt, wo du, also weisst, ich habe einfach die objektivere Sicht vielleicht ein bisschen auf das, weil ich komme aus einem Background, wo halt ein bisschen so, so bützermässig und so ist und, 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 akademisierung ist mega wichtig bei uns und so, du musst ein Diplom haben und sonst bist du voll am Arsch und so, all die Sachen, wo halt, die, die Weltregeln, also so, die menschengemachten Sachen auf dich so einprassen und, und dich völlig einschränken, auf einmal bist du in einer anderen Welt und sagst, hey, ich bin vor Leuten gestanden, habe zehn Minuten absurden Scheiss erzählt von irgendwelchen Monobrauen, weisst du, wirklich Sachen, wo die Leute einfach nur unterhalten haben und, und in dem Moment, alle zusammen einfach den Moment haben geniessen und dann komme ich ab der Bühne und das bringt sogar Geld, also die Absurdität von der Realität hat mich einfach mega fasziniert und das ultimative Privileg, wo das ist, das dürfen zu machen, das möchte ich nie verlieren und das ist halt etwas, wo eben mit der bewussten herangehensweise glaube ich, wenn, wenn du drei kommst oder drei, weiss ich nicht, so ein bisschen, dich drei lebst so langsam und es passiert einfach ist eine andere Sache, als wenn du dich mega bewusst musst für den Schritt entscheiden und sagst, okay, das ist jetzt ein neues Leben, eine neue Art vom Unterhalt verdienen und dann kannst dich in dieser neuen Situation auch bewusst positionieren und sagen, was für ein Typ will ich sein in in dieser Szene, in dieser neuen Umgebung, in der ich mich befinde und dort habe ich mir einfach von Anfang an gesagt, auch wenn nur drei Leute kommen, es sind drei verdammte Leute, die anhocken und dir zuhören, du kannst am Bahnhof so viel reden, wie du willst, kein Mensch hört dir zu und wenn dann jemand wirklich sogar Tickets kauft und anhockt und vor dir steht, dann wer bin ich zum sagen, oh mein Gott, es sind nur drei Leute und wenn ich dann das höre, weisst du, so eine Mixshow und dann gehörst du der oder der kommt und sagt, heute wird voll scheisse und dann sage ich, ja für dich wird es wohl beschissen wahrscheinlich, ich gebe ihm recht, aber für mich wird es cool, weil ich komme und schaue diesen Leuten in die Augen und sage, hey, wir sind da, alles andere scheisse, ob jetzt hinter euch noch 50 andere Leute zu gucken oder nicht, das ist jetzt der Moment und den geniessen wir jetzt zusammen und ich biete genau das, was ihr auch bekommen würdet, wenn jetzt 100.000 Leute da wären, weil das ist ja dann eben wieder das Ego-Zug und das habe ich mir einfach bewusst klar gemacht und ich glaube, wenn du dir deine Rolle bewusst aussuchst, dann bist du viel halt, ja, so ein so viel, du hast dann so wie Guidelines, um dich daran zu halten. Ja, und verliere das nie, weil das ist, das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum es bei mir mal, es ist nicht lange gewesen, es sind zwei Monate gewesen oder so, ja, aber wo es bei mir mal so ein kleines Zwischentief gegeben hat, weil man ist ja meistens dann schon drin, wenn man wieder mal drum herum schaut, oder? Ausser, man hätte sich das alles sehr bewusst mal gesagt und ich habe das sehr bewusst schon mit 16 gesagt, aber weil so viel und immer nur in kleinen Schritten passiert, ist man dann auf einmal eben in so einem ganz kleinen Rattenschwanz, wo man eben so findet, wieso sind jetzt nicht mehr Leute da, als letztes Mal, wo ich da gespielt habe, das kann doch nicht sein, wir müssen doch jetzt mehr da sein, und irgendwie wenn das zwei, dreimal passiert, und dann hast du vielleicht noch einen Auftritt, wo ich gerade, einmal habe ich in Luzern gespielt und Marco Rima ging, und die erste Hälfte war tot, und die zweite Hälfte ist dann eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, und dann mein Manager hat dann gesagt, hey, siehst du das Positive, du hast sie noch gekriegt, vor einem Jahr noch nie, oder vor zwei, oder was auch immer, und ich habe eigentlich gedacht, Marco Rima sitzt dort, und ich kack da so ab, bla bla bla, und es reicht dann so zwei, drei Sachen in so einem Monat, und dann bist du auf einmal drin, und irgendwann schaust du rum, und findest so, aha, aber warte mal, meine Idee ist ja eigentlich schon mal eine andere gesehen, haben mir dann auch Leute gesagt, also früher hast du gesagt, aber wenn nur zehn Leute kommen, bist du schon happy, weil sie werden ja dich sehen und so, aber das Hirn ist so bescheuert, wie man sich so schnell an Sachen gewöhnt, die man dann einfach für normal nimmt, oder? Ja. Und das Umfeld ist ja auch so in dem Modus, und dann kannst du das ganze Zeit mit über. Es ist so, fragt mich nicht, jemand kriegt mal in einem Restaurant, kriegen sie den Kaffee offeriert. Ja. Und wenn sie das nächste Mal gehen, und sie den Kaffee nicht offeriert kriegen, ja, logisch. Hey, wie soll ich das nicht offeriert gekriegt, oder? Ja, ja. Du gewöhnst dich so schnell an so Zeug, und dann musst du immer wieder so kurz, wie ein Schritt zurücknehmen und sagen, hey, das ist eben das Bewusste, was ich meine. Wenn du dir würdest sagen, was bin ich für ein Kaffeetrinker, oder was bin ich für ein Mensch, wie gehe ich mit offerierten Getränken um? Macht ja keiner sich den Gedanken und sagt, okay, bei offerierten Getränken bin ich dieser Typ. Weil viele finden so, ich bin einfach mich selber, als würde es das geben. Weisst du, als gäbe es so eine geschlossene Hülle von Attributen, die einfach an dir haftet, und du bist einfach der Typ und bist so voll authentisch dabei. Du bist bei deiner Schwiegermutter anders als am Stammtisch, bei deiner Freundin anders als bei deiner Mädchen, und weisst du, überall verhaltest dich anders. Je nachdem, wo du bist, bist du irgendeine Rolle. Und die sind zum Teil komplett anders. Weisst du, eben wie du gesagt hast, ja, nie du in dem Sinn. Es gibt so einen Kern, der dich ausmacht, wo eben viele halt so deterministisch irgendwie in der Vergangenheit suchen, aber irgendeinen Kern gibt es natürlich schon, aber trotzdem sind deine Verhaltensweisen formen deinen Charakter. Bei einem Bewerbungsgespräch bist du anders als dort und dort. Und wenn du dann das mal so realisierst und sagst, okay, es gibt je tausend Facetten von mir. Mhm. Und überall entscheidet sich so spontan. Ich komme zu meinen Schwiegerätern und nehme mich einfach ein bisschen zusammen und mal schauen, was passiert. Aber wenn du dir wirklich mal anhocken würdest und sagst, hey, was für ein Comedian möchte ich sein? Was für eine Art von Künstlern oder was für eine Art von Menschen möchte ich jetzt in diesem Kreis sein? Und du dich von Anfang an sagst, hey, mir ist scheiss egal, wie viele Leute es sind, wie viele Zuschauer, wie gut oder wie nicht und bla. Wenn du dir so Sachen, wie jetzt das Kaffeebeispiel, wenn du dir dort schon mal das vorgenommen hättest und sagst, hey, ich bin ein Mensch, ich gehe ins Kaffee, wenn ich den Kaffee zahlen muss, zahlen und wenn ich ihn offeriert bekomme, bedanke ich mich, aber ich erwarte nie, dass er immer offeriert wird, nur weil er einmal offeriert worden ist. Wenn du dir die Entscheidung mal bewusst machen würdest, wäre es vielleicht nicht so. Ja. Aber wenn du dich einfach leiten lässt von den Umständen, dann ist natürlich das Gewohnheitstier, das entscheidet. Genau. Und dann verwandelst du dich einfach in den undankbaren Wichser, wo den Kaffee einfach jetzt offeriert hat und nur wieder einmal offeriert bekommen hat. Absolut. Und das ist, bei mir ist das, zum letzten Mal, es ist eine kurze Phase gewesen und dann die Realisation und sich dann, du hast das schon von Anfang an für dich so entschieden und ich habe das einfach mal gesagt, aber ich bin halt irgendwann dem nicht mehr so bewusst gewesen. Und ich habe dann noch, ich habe vor 18 Leuten gespielt, einen Solotermin. Es sind zwar 30 Tickets verkauft gewesen, aber es ist späten April gewesen, es hat 26 Grad am 8 zu oben gehabt. Nein, du bist nicht dabei gewesen, es ist der Nico gewesen. Und danach findest du es so. Aber die 18 haben sich trotzdem entschieden. Ah, und es ist noch ein Match gewesen. An diesem Ort, mit dem Team, irgendwie sogar Europa League oder Champions League oder irgendwas. Europa League. Und dann findest du, aber 18 Menschen sind dort zu dem gekommen und sitzen jetzt hier in. Und das ist eigentlich von den geilsten Shows ever gewesen. Weil eben als Künstler man sich darauf einlässt. Weil man vergisst auch oft, dass die Menschen das spüren. Genauso, wenn jetzt zum Beispiel du kannst 20 Minuten ohne Lacher performen, wenn du das mit einem Selbstvertrauen machst und mit einer Sympathie und einem Charme, dann stört es die Leute nicht einmal so. Dann sagen sie nachher, ja das ist jetzt nicht so lustig gewesen und das hat mir nicht so gefallen, aber du, easy. Wenn du auf die Hühne kommst und der erste Spruch funktioniert nicht und dann wirst du rot und fährst auch schwitzen und so. Dann fährst du auch die Leute spüren. Und man unterschätzt das oft. Und genau das Gleiche, wenn einer angeschissen auf die Bühne kommt. Ich habe schon Bands gesehen, die sich dann nerven, weil eben nicht genug Menschen im Publikum sind. Und dann heisst das Lied so, it doesn't matter. Und dann sagt er, ja das stimmt, it doesn't matter. Weisst du was? Not enough people. How true. Wo sie sich dann so in das reinsteigern. Und darum finde ich deine Freude und den Enthusiasmus, den du gegenüber dem hast. Auch wenn du dir das eben mal bewusst so gesagt hast, finde ich grossartig. Weil das kann man auf so viel im Leben anwenden. Weil mein grosses Ziel ist, ich möchte möglichst kein Arsch sein zu Menschen. Was aber zum Teil auch nicht so einfach ist. Weil manchmal hat man eben mal nicht so einen guten Tag. Und sich dann halt zusammenzunehmen und halt auch noch an der Kasse vom Supermarkt noch schnell Grüezi sagen und Danke und schönen Tag. Ist dann ein grösserer Aufwand. Klar. Für einen. Aber es macht so viel aus. Absolut. Eben, das ist es ja. Wenn du dich nicht entscheidest für dich, dann passiert es einfach. Und dann ergibt sich es einfach, was du... Der Truman Show kennst, oder? Ja, logisch. Dort gibt es ja einen Typen, der die beste Freund von Jim Carrey spielt. Und ganz am Schluss gibt es Szenen, wo er so unten im Keller schläft oder so tut, als würde er schlafen. Und irgendwann sagen sie, hey, geh mal schauen und so. Weisst du, was läuft? Nachher geht einer schauen und als ob sein bester Freund dachte, hätte er aufgeschaut und er ist weg. Mhm. In dieser Szene habe ich so einen Gag gefunden. Es ist mitten in der Nacht, irgendwann am 2 oder so. Und sein bester Freund kommt und klopft an der Türe mit dem Sixpack wie immer und findet so, hey, es läuft, wo bist Truman? Und so. Und dort habe ich gecheckt, schau, dieser Typ. Kein bester Freund würde das sonst wahrscheinlich machen. Am 2 am Morgen finde ich ja, ich schaue morgen, was der macht und so. Weil du halt dein eigenes Ding hast. Aber weil der eine Rolle spielt in der inszenierten Welt von Truman, geht er über das raus, was ein normaler bester Freund machen würde, sondern geht von dem idealen bester Freund aus, der halt immer da ist für dich. Mhm. Wo immer dann, wenn du ihn brauchst, ist er da. Und das nur, weil seine Rolle das vorschreibt. Mhm. Und wenn du jetzt in der echten Welt, also in der normalen Welt, dir würdest sagen, hey, was für ein bester Freund will ich sein und das wirklich so wie eine Rolle dir festlegen, weil du eh eine Rolle spielst. Und wenn du dir das bewusst wirst und sagst, okay, ich will meine Rolle selber bestimmen mit allen Aspekten, dann bleibst du der Rolle viel mehr treu. Wenn du sagst, ich bin einer, der der Kassiererin einfach immer freundlich in die Auge schaut und sagt, danke und bitte und einfach so gut es in dem Moment geht, mache ich das. Mhm. Dann wirst du viel treuer der Rolle, die du halt übernimmst in der Gesellschaft, was auch immer halt die Situation ist. Ich habe mich noch nie so überlegt, aber logisch weiss ist das zum Beispiel sehr bewusst die Entscheidung gesehen. Mhm. Dass man irgendwann einfach findet, doch eben, ich probiere im Umgang, im normalen Umgang mit Mitmenschen, probiere ich möglichst nett zu sein. Und es gibt aber für mich zumindest, gibt es dann auch ein bisschen Druck, wo man sich selber aufsetzt aufgrund von dem. Man darf sich nicht zum absoluten Gutmensch machen? Nein, ich sage nicht zum absoluten Gutmensch, aber es gibt dann so kleine Zwischensequenzen, weisst du, wo ich irgendwie frage mich, dann ist noch jemand drin und dann sage ich mal so, warum solltest du das so machen, das ist doch blöd. Weisst du so, oder? Und dann findest du, oh nein, aber diese Person findet jetzt vielleicht, dass ich ein Arsch bin. Und ich bin geboren mit schlechtem Gewissen. Wirklich. Also mein Vater und meine Mutter haben mir das genetisch, glaube ich, dreifach übergegeben. Und über beide Familien stemmen. Das ist einfach... Ohne Scheisse. Zum Teil habe ich schlechtes Gewissen, ab Sachen, wo ich Sex gesehen bin, wo ich mal ein Mensch aus meinem Umfeld, habe ich ein Spielzeug, so einen Ninja Turtle oder sowas, so angeworfen. Ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen wegen dem. Weil die Person dann gegangen ist und fand, ja dann halt nicht, wenn es so ist und so. Und das ist so, das zieht sich dann weiter, wo ich dann zum Teil auch in meinem normalen Leben, habe ich zum Teil ein bisschen Probleme. Weil Menschen dann versuchen, Rücksicht zu nehmen, weil sie denken, oh nein, wenn ich das jetzt eben so sage, hätte ich schlechtes Gewissen. Und das zieht sich dann durch solche Sachen weiter. Und dort wird es dann zum Teil ein bisschen schwierig, weil das kannst du, wie will ich sagen, Das kannst du dir nicht als eine Rolle definieren. Nein, klar. Wenn du es auf die Wahrnehmung oder auf das Empfinden von anderen beziehst, dann ist es wieder eben ausserhalb von deiner Kontrolle, wie jemand das empfindet. Darum geht es wirklich auch darum, was du dir selber sagst. Also wenn du sagst, hey, ich bin einfach der, der ehrlich seine Meinung sagt. Oder wenn irgendetwas Unrecht ist oder irgendetwas passiert, dann muss ich das aussprechen. Oder du sagst, weisst was, ich bin da mehr so der Zuschauer, ich lass das einfach passieren. Dann wirst du dir immer treu sein und nie ein schlechtes Gewissen haben müssen. Weil du dich ja dem, was du dir für dich selber entschieden hast, halt treu belübst, was auch nicht immer geht. Aber es geht nicht darum, so ein mega sauber Mann-Image möglichst für alle mega super und so aufzuziehen, sondern du kannst auch deine Wichser-Rolle selber bestimmen und sagen, weisst was, wenn irgendjemand im Zug ein kleines das Miete wegschupft und vorher in den Einstieg, dann sage ich etwas. Dann gehe ich an und sage, hey, was läuft mit dir, Chef? Oder du bist der, der sagt, hey, dann lache ich und finde es lustig und schupfe sie an oder keine Ahnung. Einfach, ja, weisst nicht, so ein bisschen bewusster halt an die einzelnen Dinge herangeht. Aber das lustige ist ja, dass die Erwartungshaltung der Menschen ja auch extrem in das hineinspielt. Dass, wenn jetzt zum Beispiel jemand bekannt dafür ist, Mr. Sunshine zu sein, steht oft mit einem Lächeln immer gut drauf, was für sich. Wenn die Person mal in irgendeinem Restaurant der Bedienung nicht ganz so nett Danke sagt oder es vielleicht sogar vergisst, weil es gerade etwas am Verzählen ist oder so, dann heisst das, er ist gar nicht so nett. Logisch, das ist eh das Ding. Leute korrigieren immer ein bisschen ins Gegenteil. Das merkst du immer, wenn einer sagt, ich bin im Fall nicht so der Schlauste. Sagen alle so, er ist sicher gescheiter, als er tut. Oder wenn einer sagt, ich habe fast studiert und so, sagen alle, er ist sicher nicht so gescheit, wie er tut. Es ist immer so eine Korrektur. Ja, genau. Diplom. Nein, aber ganz früher noch habe ich bei einer Fernsehsendung vom TeleBasel, Lokalfernsehen, so ein Jugendmagazin. Dort war ich Joey. Und das war zum Beispiel die bewusste Rolle von mir. Dort war ich von 16 bis 21 oder so. Und dort war ich ein Schnösel. Das war meine Rolle. Die probiert, ein bisschen lustig zu sein. Dort habe ich die ersten Anfänge gemacht. Aber hauptsächlich sehr selbstverliebt. Hey, Knickknack und was weiß ich. Und das war auch die Wahrnehmung. Und das war für mich privat die befreiendste Zeit ever. Weil alle haben das Gefühl gehabt, das ist der arroganteste und dümmste Sieg, das es gibt. Und dann musste ich denen nur sagen, hoi, wie geht's? Oder irgendetwas. Ich musste nur nett Hallo sagen. Joel freut mich. Ja. Und du hast immer gerade gemerkt, wie die ganze Energie schifft. Ja. Und auf einmal so, ich glaube der ist ganz okay. Das ist einfach krass. Dann öffnet sich auf einmal so, der ist gar nicht so ein Wichsel wie man denkt. Genau. Und jetzt höre ich zum Teil irgendwelche erfundenen Geschichten. Ja, dann hast du mal das und das und dann bist du dort und bist du ein Arsch gewesen. Was? Und wahrscheinlich nicht einmal überhaupt nicht bewusst. Sondern ich habe zum Teil schon Menschen drei, vier Mal nach dem Namen gefragt oder mich auch schon zweimal vorgestellt und gesagt, das mache ich überhaupt nicht aus einer bösen Absicht. Absicht, wenn du aus einer bösen Absicht extra Arsch bist und dann nett bist. Ja, logisch vergisst du immer meinen Namen. Aber eigentlich schon mega nett. Das stimmt. Eigentlich mit jeder neuen Bekanntschaft, die du machst, je positiver und netter und lieber du bist, desto höher ist das Risiko, dass das mega ins Gegenteil kippen kann, wenn einmal nicht mehr dem treu bist, also dem Bild treu bist, wie man dich wahrnimmt. Dann hast du einen Knacks drin, wo es irgendwie nicht ganz so nett gewesen ist, in irgendeiner feinen Nuance und auf einmal ist es wie ein Kartenhaus, das zusammenbricht. Und wenn du voll der Arsch bist, dann heisst es so, hey, der ist gar nicht so ein schlechter Typ und es macht so ein Bild von, oh, der ist ein mega krasser Typ. Also meine beste Kollegin ist mal zu mir gekommen, also wir sind zum Redex und sie so, hey, ich habe jetzt so eine Doku gesehen über den Cristiano Ronaldo und der ist einfach gar nicht so ein schlechter Mensch. Was hast du das Gefühl gehabt, was er ist, man? Nur weil er selbstbewusst auf dem Fussballfeld ist und sich nichts sagen lässt von niemandem und einfach so seine Nummer eins, sein Nummer eins Platz versucht, so gut wie möglich zu dominieren oder halt zu behalten. Das heisst, kein Mensch ist nur ein So. Du kannst den schlimmsten Diktator nehmen, der hat in seinem Privatleben auch Leute, die er mit Liebe begegnet und sie nicht zu ihnen ist und es gibt das reine Böse, eh nicht und subjektiv Böse ist sowieso niemand. Es hat auch mal eine Diskussion gegeben, ob man eine Aufnahme von Hitler, der lacht, also nicht verbrennen soll, was man genau mit ihnen gemacht hat. Aber verbieten. Wenn man von Öffentlichen quasi, weil es ihn menschlich darstellt. Er ist der kontroverseste Typ, den es überhaupt gibt. Im Geschichtsunterricht habe ich immer so den Unterton vom Lehrer gespürt, wenn es um den Zweiten Weltkrieg und Hitler und so ging. Er war ja ein Propagandatyp und er hat das für ihn gemacht und er hat das für ihn gemacht. Aber gleichzeitig ihm die ganze Schuld gegeben für alles Negative, was passiert. Entweder dieser Typ ist der Mastermind vom ganzen Shit und hat wirklich alles zu verantworten, aber dann ist er auch auf eine Art genial. Seinen Plan konnte er mega krass umsetzen, von Zero zu... Also weisst du, er konnte es einfach mit einer mega krassen Effizienz umsetzen. Und dann hat er halt, dann musst du ihm das auch zusprechen, dass er irgendeine Fähigkeit gehabt hat, ob es jetzt nur seine Rhetorik ist oder was auch immer. Oder er hat ihm vorliegt, weil einfach die Marionette war von anderen Leuten, aber dann kannst du ihm auch nicht die Schuld geben von dem, was die Pfädenzieher mit ihm gemacht haben. Das ist so, das ist so da. Du kannst nicht jemandem komplett einen Schablonen geben oder so einen Schubladen geben und finden, alles ist jetzt nur dort drin. Es ist immer ein riesiges Spektrum, man. Niemand ist nur etwas. Nein, logisch. Logisch nicht. Das ist dann immer so lustig, wenn du gehörst. Aber es vereinfacht für den Menschen natürlich extrem viel. Natürlich. Schubladen denken ist das bequemste, was du machen kannst. Du ziehst eine Grenze und sagst, alle da hinten sind Arschlöcher, alle da hinten sind gut. Und das wäre es. Aber das ist ja der Trugschluss von allen Leuten, die in diesen Schubladen oder politisch links-rechts denken. Stell dir mal vor, es gäbe dir nur noch SP. Der Traum der SP wäre alles nur noch ein Partei. Du meinst, es würde sich nicht widerspalten und innen daran gäbe es dann ein paar, die dir Tendenz haben und dir Tendenz und dann hast du wieder links-rechts. Aber das ist ja immer sobald eine Gruppierung von Menschen aufeinander kommt. Das ist eigentlich immer so. Wenn es einen gemeinsamen äusseren Feind gibt, dann sind sie es zusammen. Aber wenn es nur noch sie sind, gibt es widerspaltung innerhalb. Ideologie ist immer das Gleiche, egal in welche Richtung. Ich möchte ja gar nicht eine Partei ergreifen für irgendeine. Aber du kannst eigentlich so gut wie jede Ideologie nehmen und du wirst irgendetwas Gutes drin finden, bis das dann eben eine gewisse Größe erreicht, wo es dann eben nicht mehr funktioniert. Und ich denke immer so, in meinem Kopf denke ich immer an so ein Basic-Bild. Drei Menschen auf einem Bauernhof leben. Und alle die gleiche Ideologie haben. Und dann kommt ein Vierter dazu und dann kommt ein Fünfter dazu. Und irgendwann sind es 15 Menschen und dann hat einfach jemand eine andere Idee. Und dann ist es zuerst nur diese Person und dann war das Zweiter. Hast du mal Dings gesehen? Ich habe nie ein Buch gelesen, sondern ich habe nur den Film geschaut. Der Mist. Jaja, sicher. Wenn ich mir auf die Zunge biss, wenn ich das gesagt habe. Steven King für Filme. Ja. Und dort sind ja eigentlich alle grundsätzlich in der gleichen Situation. Es ist der komische Nebel, wo niemand weiss, was dahinter ist. Und sie sind alle in einem kleinen Supermarkt gefangen. Oder? Ja. Und dort ist zuerst auch, wir haben alle das gleiche Problem. Das ist der Nebel. Wir müssen jetzt hier drin bleiben. Und mit der Zeit, in dem Fall ist es jetzt etwas religiöses gewesen, aber das hätte irgendetwas können sein, tut sich die eine ein bisschen abspalten und wird so die grosse Sektenanführerin. Ja, sie macht so einen auf, es ist eine Plage jetzt, wo göttliche Strafe und so. Genau. Und dann ist so ein kleiner Teil, der sich ihren Arsch liest, oder? Und auf einmal hast du einfach zwei Lager. Ja. Es ist nichts mehr anderes. Es ist völlig egal, dass die vorher noch Befreundet gesehen sind und dass die irgendwie Arbeitskollegen oder was auch immer die gesehen sind. Und so heftig, dass denen natürlich auch in dem Film, so wie es erzählt wird, dass du dann natürlich auch mit der Zeit als Zuschauer ganz klar Partei ergreifst. Weil das wird ja eh noch gern gemacht in einem Film. Und das ist dann so gewesen. Wir haben sie in einem kleinen Kino gesehen. Und dann irgendwann kommt die Szene, jetzt tun wir halt schnell, Achtung, Spoiler, 15 Sekunden spielen, wenn man es nicht hören will. Irgendwann wird der in den Bauch geschossen. Und dann steht einer im Kino auf und schreit, und jetzt schieße ich noch in Gründ. Und dann macht der Typ im Film das. Und dann hat das ganze Kino geklatscht. Und dann habe ich so gedacht, das ist genau so gefährlich, was jetzt hier passiert. Natürlich, natürlich. Dass jetzt einfach so Partei ergriffen wird. Natürlich, alles was so radikalisiert ist, ist am Schluss... Und das ist aber so ein bisschen, was ich schade finde heutzutage, dass es wirklich immer nur noch entweder oder ist. Es gibt wenig Raum noch, um mal etwas einfach zu besprechen. Ich habe zum Teil mit Menschen schon Gespräche führen können, die nachher gesagt haben, weisst du noch, wo wir dort so gestritten haben? Ich habe das als Diskussion empfunden. Weil wir für einmal nicht einer Meinung waren, heisst das ja nicht, dass wir gestritten haben. Nein, das ist jetzt das einzige Schöne an Kommunikation, dass man gemeinsam kann, also so dialektisch sozusagen, ich habe eine Position, du hast die andere Position und dann geht es hin und her. Und dann kommen wir aber zusammen an einen neuen Punkt. Und dann sage ich am Schluss, krass, ich mache einen Schritt dir entgegen. Darum hasse ich so Arena und so, ich kann das nicht schauen. Das ist ja sehr anstrengend. Sie kommen einfach mit ihrem Standpunkt und tun einfach mein, 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 mein Standpunkt, der andere kommt mit seinem, seinem, seinem Standpunkt und am Schluss laufen sie genauso getrennt wieder raus von dort. Dabei würde sie darum gehen, mal einen Schritt entgegen machen, mal ein Verständnis zeigen und dann mal, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Leute kommen und einfach ihr Zeug rein plärren, dass die ausserhalb, wo sich entweder eh schon zu einer Seite zugehörig fühlen, halt so zujubeln und am Schluss genau am gleichen Ort sind wie vorher. Aber das Problem ist, also bei mir ist das zumindest so gewesen, mir ist das sogar in der Schule mal so gelehrt worden. Wir haben mal, wir haben mal, ich glaube es ist Deutsch gewesen, ich weiss nicht mal mehr wo, aber wir haben mal eine Stunde gehabt, wo es darum ging, dass man jetzt wie eine politische Diskussion führen muss. Und dann ist auch in zwei Lager gespalten worden und man hat dann gleich Artikel genommen. Es war eine spannende Übung, und zwar ist es darum gegangen, sollen mittlerweile schon, oh ja, sollen Telefonkabinen abgeschafft werden? Also so debattierklubmässig. Genau. Und dann hat es auf zwei Lager gegeben und man musste sagen, also dann ist entschieden worden für einen, du bist jetzt für Telefonkabine und du bist gegen Telefonkabine. Und ich weiss nicht mal mehr, welche Seite ich habe nehmen. Ich weiss noch, dass ich die Diskussion zerstört habe. Wirklich einfach mega gut gesehen bin, weil man hat Artikel gelesen und Vorteile. Und dann habe ich einfach die Person bombardiert mit diesen Argumenten. Und dann hat es geheißen, ja, haben sie gesehen, die Schule ist besser gewesen. Aber es ist eigentlich blöd, dass einem das so beigebracht wird. Weil ich zumindest bin sicher schon mal vor Grunde für so einen Menschen nicht mehr so fest. Und das ist etwas, das ich probiere an mir zu arbeiten. Ich habe gerne Recht gehabt. Immer wie weniger. Entschuldigung. Es gibt immer noch die Spiele, wo man so findet, nein im Fall, das ist im Fall schon so. Und du bist so recht stolz, wenn du das googelst und es stimmt. Und wette, ich tue gerne wette. Komm, wir wette. Ja, absolut. Aber es gibt Momente, wo du merkst, eigentlich müsste ich jetzt sagen. Schon. Hast du eine innere Diskussion, wo du weisst, du hast Unrecht, oder was meinst du? Ja, es wird dann eben spannend, wenn es um Meinungen geht. Zumindest dort, wo ich es meistens hinbekomme, einfach mal zu sagen, ja, okay, ich sehe den Punkt. Oder ich verstand ihn sogar. Und man kann sogar einen Teil davon reinnehmen, in die eigene Argumentation. Ja, doch. Das macht Sinn. Oder von der Seite habe ich es noch nie angehört. Das probiert ein bisschen zu reflektieren. Aber bei Erinnerungen, wo man sagt, so ist es gewesen, so ist es gewesen. Da gibt es keine Chance, dass man jemals die Meinung ändert. Sondern man braucht dann den Beweis. Nein, du hast es so gesagt. Nein, stimmt nicht. Was wollen wir? Und dann wird irgendwie die Chat verlaufen. Ja. Warte jetzt. Da, schau, schau. Und dann ist es meistens so ein Zwischending. Ja, das Wort hat gefehlt, aber das hast du so gesagt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Aber in Diskussionen hatte ich immer Pech mit Diskussionspartnern. Entweder hat es Informationslücken allgemein. Weisst du, du kannst gar nicht, was du redest von, wie zwei verschiedene Sachen. Oder wir sind immer auch sehr viele Argumente für den Gegner gekommen. Und dann habe ich ihm immer das so gesagt. Ja, schau, ich verstehe, du kannst noch das sagen und das und das. Aber ich habe auch schon gegen Argumente. Weil ich bin immer so am Warten. Es ist wie so ein Schachspieler, der sagt. Aena mit dir selber machen. Ja, ja, voll. Aber das ist ja zum Beispiel eine Interviewtechnik. Dass du eine Frage stellst und dir schon alle 37 Möglichkeiten ausdenkst, die als Antwort kommen könnten, damit du dann auf das wieder gehen kannst. Et cetera, et cetera. Aber in Diskussionen macht das automatisch. Ja, ja. Also wenn ich etwas frage... Du bist eigentlich von den intelligenteren Menschen, den ich kenne. Ja, das ist jetzt einfach etwas, wo ich vielleicht geübter drin bin oder so. Also ich würde jetzt nicht auf die Intelligenz jetzt... Ja doch, es braucht ja ein gewisses Mass Intelligenz, das im Moment überhaupt machen zu können. Ja, aber gleichzeitig suche ich mein Handy daheim, ich weiss nicht wo es ist, läuft die ganze Zeit damit umeinander, finde es endlich und dann sitze ich wieder vor den Fernseher und auf einmal ist die Fernbedienung weg. Und die liegt dann im Kühlschrank oder so und das ist dann auch nicht mega intelligent. Hast du sie erst einmal in den Kühlschrank gelegt? Ja, ohne Scheiss. Ich auch. Ohne Scheiss, Fernbedienung habe ich schon einmal im Kühlschrank. Ja, als Handy. Ja eben, das ist immer an den Orten wo du suchst, das ist ein Indiz für deine Intelligenz, wenn du anfängst an so komische Orten suchen. Aber hast du weiss gefühlt, dass das mit Intelligenz zu tun hat? Nein, aber das ist genauso wenig wie irgendein Argumentationsgedanke. Also weisst du, ja Intelligenz, da bin ich ein wenig heikel bei dem Thema. Ich höre das sehr oft und das Dumme daran ist, wenn du anfängst zu relativieren und erklären und intelligent das argumentierst. Aber weisst du, ich sage es ja, es ist ja nicht, dass du es sagst. Ja, aber wenn ich das annehme, ist es schon vorbei. Das ist wie Philipp Lahm, wie der WM 2006 oder so in Deutschland. Haben sie ein Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. Philipp Lahm, linker Verteidiger, spielt bei Bayern rechts, aber er hat dort links gespielt und es war mega ungewöhnlich. Er hat einen Goal geschossen. Genau, links raus ist rein gezogen, ein riesen Goal hat er geschossen. Was für ein richtiger Schlenzer, das weiss ich noch ganz genau. Interview, sie fragen dann, sie sagen ihm so, hey, weisst du, wegen dem Alter, das er damals hatte, hat er gesagt, hey, du hast mega jung dein WM-Goal geschossen und so und das ist vergleichbar mit dem Maradona. Der hat damals auch so einen Blatt gemacht. Was ist die Antwort von einem Philipp Lahm? Einer, der keinen linken Fuss hat und überhaupt null vergleichbar ist mit dem verdammten Maradona. Ja, das ist natürlich schon eine grosse Erdenvergleich und so und da fühle ich mich noch. Fressen, man, du musst dort hinlegen und sagen, sind ihr alle voll, weisst du, irgendwie, ich kann nicht behindert sagen, das ist immer so das Ding, aber ich meine es wirklich so. Also sind ihr alle voll behindert, dass ihr mich jetzt mit dem Maradona vergleichen, nur weil ich ein Goal geschossen habe und ein bisschen im ähnlichen Alter bin. Das sind so Sachen. Wenn du mich als intelligent besäufst, ich nehme das einfach so an. Ja, aber ich kann ja nicht vergleichen, ich habe nicht gesagt, du bist der Albert Schenkstein. Ich bin ein halb Idiot ohne Scheisse, ich bin wirklich, wirklich, da will ich mich genau richtig beschreiben mit deinem alten Programm. Ja, aber weisst du, ich habe das Gefühl, Intelligenz ist etwas, das heisst nicht, dass man die voll ausschöpft, sondern das ist halt zu einem gewissen Mass, kann das gern sein, dass man dann halt eben in einer Diskussion schon sich, wie ein Schachspieler, alle möglichen Antworten überlegt und was weiss ich. Und dann gibt es andere, die das Potenzial von der Intelligenz nicht ausschöpfen. Und ich finde, es ist natürlich eine sehr pauschale Päptik, wo ich sage, du bist intelligent. Ja, und ich bin auch mega schlecht allgemein im Kompliment. Ich muss immer relativieren und immer finde, aber nein, ja, ist schon easy und so. Und ich sehe auch schon die gelangweilten Gesichter von den Leuten, die mit mir, zum Beispiel immer Comedy-Shows, kommt der erste auf mich zu und ich finde, ja, ist mega wohlwollens Publikum. Das ist so meine typische Antwort, wenn die Leute mega abgeben. Ja, aber das ist ja bescheuert. Und dann gehst du aber mit der Person weiter und dann kommt ein anderer und gibt dir ein Kompliment und du sagst dir das Gleiche und die erste Person denkt so, ja, nimm endlich mal ein Kompliment an. Und ich spüre das, aber ich kann dann nicht einfach sagen, ja, ich bin voll abgegangen heute. Nein, muss man ja nicht. Man muss ja nicht sagen, ja, ich bin voll abgegangen. Aber man muss auch ein Kompliment annehmen. Einfach mal Danke sagen. Genau. Also das habe ich mal nicht mehr gelesen, gesagt, die einzige richtige Reaktion auf ein Kompliment ist Danke. Aber was ist, wenn es etwas ist, was völlig überheblich, übertrieben ist? Ich finde es so komisch. Dann ist eben, wenn man es relativiert, dann kann man durch das arroganter wirken. Das stimmt eben, du machst dir keinen Gefallen damit. Und wenn du sagst, Intelligenz ist eben so etwas und so und so und so und so. Und dann machst du dich wie so noch gescheiter, während du, ja, keine Ahnung. Ich tue es manchmal mit relativieren und sage, finde ich jetzt nicht, aber Danke. Weisst du, dann lässt es einfach so stehen. Weisst du, was ist die beste Definition von Intelligenz, die ich je gehört habe? Intelligenz ist das, was du benutzt, wenn du nicht weisst, was zu machen. Kurze Sackle. Aber das ist, das ist im Fall wirklich. Deshalb bin ich zu wenig intelligent. Nein, aber wenn du, wenn du, wenn dir jemand etwas beigebracht hat oder wenn du etwas gelernt hast und du es einfach abspulen kannst. Weisst du, wenn du zum Beispiel in der Natur aussen, wenn du ein Pfadfinder bist und eine krasse Ausbildung Pfadfinder mässig hast und dann auf einer einsamen Insel weisst, wie man Feuer macht, ist das nicht intelligent. Es war intelligent, das zu lernen vielleicht, aber das so zu machen. Aber wenn du ohne Wissen, wie man Feuer macht, ein Holz nimmst und ein anderes holst und überlegst, okay, wenn das trocken ist, reibig und das könnte Feuer geben und du so zu Feuer kommst, das ist eigentlich intelligent. Und das andere ist einfach auswendig gelernt, der Scheiss. Vor allem, wenn es nur mit Reden ist, dann bin ich sowieso allergisch darauf. Leute, die Gescheitszeuge erzählen werden, das sie intelligent bezeichnen. Dabei könnte ich irgendein Diktiergerät nehmen und mein gesamtes Wissen dort hinein brabeln. Aber das merkt man doch. Man merkt ja dann irgendwann, wenn Menschen zwar intelligent sprechen, aber dann eben nicht interagieren können. Unter Umständen merkt man das. Aber es wird sofort damit assoziiert, dass wenn jemand etwas erzählt, dass es gerade so ist. Dabei könnte ich eben etwas aufnehmen und das Diktiergerät sagt jetzt genau das Gleiche, was du gesagt hast. Das macht es ja nicht intelligent. Ich war mega happy, als ich den Begriff emotionale Intelligenz kennengelernt habe. Weil dort würde ich mich dreidunen. Wenn mir das jemand sagt, dann sage ich nicht, bin mir nicht sicher und so weiter. Ich empfinde mich nicht als wahnsinnig intelligent, aber emotional intelligent. Und das ist eigentlich eher ein Gespür für Menschen und Situationen. Empathie, Sozialkompetenz und so weiter. Dort habe ich das Gefühl, dort bin ich wahrscheinlich an einem anderen Punkt als andere Menschen wieder. Ja. Ich war eine Zeit lang besessen von IQ-Tests. Ich habe jenischen Scheiss gemacht, sogar 300 Mal zahlt für so einen Test, einfach um zu schauen, was passiert. Und was hast du für ein Ergebnis gehabt? Ich glaube das Beste war 121 oder so. Das Höchste. Das ist immer so hoch? Das ist schon überdurchschnittlich. Das ist 20% höher als der Durchschnitt, würde ich sagen. Und dann habe ich mal die Formel von dem irgendwann gesehen und das ist völlig absurd. Du hast einfach so eine Punktzahl, die je nach deinem Alter müsste ich ungefähr erreichen. Ja. Und dann zahlst du es durch null mal bla und durch hundert mal irgendetwas. Dann hast du einfach so eine Prozentzahl eigentlich, die abwiegt von dem. Hundert wäre genau deinem Alter entsprechend. Ja, ja. Du bist halt so weiter als die gleiche Alte. So wie eine BMI. Ja. Genau das. Das sagt nichts über deine Fitness aus, was für eine BMI du hast. Du könntest mega Kastenschwinger sein und hast eine BMI von 150 oder so. Nein, aber das ist... Und vor allem der Test. Wenn du, wenn du viel so Tests machst, wirst du gut in dem. Ich habe angefangen die Hure, die Würfel da zu checken und gemerkt. Ja. Okay, das wird weiterführend und bla. Und habe recht so ein bisschen komplexere Dinge angefangen zu lösen von denen. Und bin ich jetzt gescheiter geworden wegen dem? Weisst du, wie ich meine. Jetzt habe ich mich von 80 auf 120 auf aufgearbeitet. Und was ist jetzt? Bin ich jetzt richtig ein Stein an mich entwickeln? Voll nicht. Dann habe ich das ganze gelernt. All das ganze Intelligenzthema ist völlig schwachsinnig. Aber ich finde es etwas anderes. Wenn jetzt bei einem Auftritt jemand findet, du bist gut gesehen. Dann sollte es ja schon plus minus... Das ist mehr Bescheidenheit. Das ist das Problem. Eben. Dann sollte es schon plus minus täglich gleich sein. Weil ich finde... Ja, ja. Genauso wie man, wenn man zum Beispiel sich entscheidet, kein... Frag mich nicht. Es gibt so Menschen, die sagen, ich lese keine Kommentare online. Ja. Okay. Du hast es so auf meinen sozialen Medien und so. Ah, ja, ja. Und dann verstanden ich es auch, weil dann darfst du eigentlich nichts Negatives annehmen. Aber dann darfst du eigentlich auch nichts Positives annehmen, sozusagen. Ja. Und beim Auftreten ist es genau das Gleiche. Wenn du, wenn du, ich sage jetzt, ein guter Komiker bist, oder zumindest die richtige Gedenkweise hast, um ein guter Komiker zu sein, ja, dann machst du einen Auftritt von dir abhängig. Und sagst, wenn ich nicht gut war, was habe ich falsch gemacht, wo kann ich mich verbessern? Mhm. Dann kannst du aber nicht, wenn du gut gesehen bist, aufs Publikum abwärts. Nein, nein, nein. Logisch nicht. Ich finde, das ist auch ein Werk, das beurteilt wird. Mhm. Und bei einem erschaffenen Werk, ob es jetzt, also weisst du, ob es etwas Gestalterisches ist, oder ob du etwas performst, dann kann man das schon auch besser beurteilen. Dann gibt es gewisse Faktoren oder gewisse Parameter, an denen man das misst. Und dann kannst du auch sagen, es ist ein guter Auftritt, ein schlechter Auftritt und auch du spürst das. Aber bei Personen, die als gesamthaft irgendwie etwas bezeichnen werden, das ist dann so ein bisschen. Das sind so zwei Sachen. Da bin ich voll allergisch drauf, wenn man so jemanden ganzheitlich versucht, irgendwo intelligent oder irgendwie sonst etwas zu finden. Ja. Dann entschuldige ich mich, dass ich dir intelligent bin. Nein, nein, nein. Das ist dann fast die Arroganz von dem, was es nicht annimmt und das ist auch scheisse. Darum habe ich eben einmal gelesen, dass der Danke bei Kompliments das einzige Richtige ist, die man machen kann. Wenn es halbwegs ein nachvollziehbares Kompliment ist. Logischerweise. Eben, wenn man nicht dieser Meinung ist. Ja. Wenn jetzt dir einer sagt, du hast einen Modelkörper oder so. Wenn mir das jetzt einer sagen würde, würde ich sagen, ja eh man. Schau bei Model. Kommt darauf an, vielleicht habe ich Modelhand. Plus Size. Ja genau. Ich habe gerade gemerkt, dass wir schon über eineinhalb Stunden sprechen. Ja. Und ich weiss nicht wie viele Menschen das jetzt spannend gefunden haben. Sternstunde Philosophie. Ja, aber ich habe es sehr schön gefunden. Und wir müssen es bald wiederholen, damit wir auch noch etwas Lustiges erzählt haben. Ja. Aber, aber für das Thema vom Podcast ist das jetzt wahrscheinlich so etwas vom Diebsten, wo man gehen kann. Mhm. Dass man wirklich eben das Feelgood mal seziert hat. Und gerade bei dir ist das eben ein spannendes Thema aufgrund von, wie du die Welt anschaust und wie du dich in der Welt bewegst. Mhm. Weil, ich sage jetzt mal so, ich sage nicht, du bist intelligent, sondern ich sage, du hast dir zwei, drei Gedanken mehr gemacht als andere Menschen zu diesem Thema. Danke. Yes. Hahaha. Das ist meine Hoffnung gewesen, dass du jetzt da gesagt hast. Besserer Abschluss gibt es nicht. Cenk, wir sehen uns in zwei Stunden, wenn wir wieder aufgetreten. Ja. Wir sind jetzt zusammen auf Tour. Ja. Kommt mal. Feelgood Comedian ist bis Ende März 20 unterwegs. Cenk macht immer am Anfang. Danach mache ich und es macht jetzt schon riesig Spass. Danke. Danke. Hey, danke dir für alles, für die ganze Unterstützung, für das, dass du mich mitnimmst, für das, dass du mich so förderst. Das ist wirklich, du bist mein Held. Ich wollte schon zu Recht sagen, dass ich dich fördere, aber ich bin nicht die Held zu Recht. Doch, unscheiße. Danke. Hahaha. 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 Danke. Danke.